Musik 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 Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu unserem nächsten Livestream mit, ja, ich würde sagen, diversen Themen. Ich habe schon gesehen, der eine oder andere ist schon wieder mit am Start. Ich grüße euch recht herzlich. Heute mal wirklich Premiere, das erste Mal komplett alleine mit euch. Dementsprechend haben wir ordentlich Zeit, auf eure Fragen etc. einzugehen. Ich habe ein paar Topics vorbereitet, wo wir drüber quatschen werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock, denn ich habe megamäßig Bock. Und ja, da sind ein paar coole Sachen dabei, wo wir drüber schnacken, wo ich echt gespannt bin, was ihr für eine Meinung habt. Und wo ich auch definitiv schon, würde ich sagen, die eine oder andere starke Meinung dazu habe. Ich möchte mich erstmal bedanken für die relativ, oder was heißt relativ, sensationell gute Resonanz zu den Livestreams. Das macht mir echt mega viel Spaß. Ich habe echt viele tolle Nachrichten von euch bekommen und auch hier in den Kommentaren wart ihr aktiv am Start, meine Nerdbombler. Und da habe ich echt mega Bock drauf. Und dementsprechend, wie gesagt, ich hatte vor, das Ganze so in dem Zeitraum zu machen mit Donnerstag, Sonntag, Montag. Aber Sonntag, Montag direkt hintereinander ist irgendwie auch nicht so taktisch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich versuche das tatsächlich auch so zu strukturieren, dass ich an Champions-League-Tagen nicht livestreamen muss. Denn ich hoffe, Dortmund ist relativ lang dabei. Der eine oder andere von euch weiß, ich bin Dortmund-Fan. Und dementsprechend möchte ich definitiv die Spiele sehen und dann natürlich auch an den Standard-Bundesliga-Tagen. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, Donnerstag, da ist Europa League, da könnte ich ein Stream schon mal machen. Und ja, eventuell Sonntagabend, da ist auch das späte Spiel schon rum, da könnte ich eventuell auch noch einen machen. Also die beiden, die denke ich, die werde ich definitiv festhalten. Ob da noch ein Dritter dazu kommt, werden wir da mal schauen. So, wen ich jetzt schon gesehen habe hier in dem Chat, die möchte ich gerade auch alle mal begrüßen. Das ist der gute David. Ist der Schlimsel? Ist der Okan? Ist der Florian? Ist der Andreas? David habe ich schon gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ja, grüßt euch erstmal und alle, die sonst noch so inkognito mit dabei sind. Ich hoffe, wir haben wieder eine coole Zeit heute Abend. Ja, ich habe mir ein paar Topics rausgeholt aus der Movie-Welt, habe auch was dabei für die Figuren-Liebhaber unter euch, wo wir mal drüber schnacken. Und ihr könnt euch natürlich auch nochmal das eine oder andere überlegen, was wir am Ende nochmal mit reinwerfen, ob es irgendein Film ist, wo ihr nochmal drüber schnacken wollt oder irgendeine Serie oder irgendeine Figur oder sonst irgendwas. Ich denke, da habt ihr freies Feld, wo wir dann nochmal zusammen schnacken können. Wenn die Themen jetzt kommen, würde ich euch auch bitten, ich werde euch jedes Mal nochmal immer so ein bisschen mit auffordern, dass ihr auch mal so schreibt, was ihr dann über die gesamten Sachen denkt. Und dementsprechend würde ich sagen, wir steigen vielleicht dann auch jetzt mal so, würde ich sagen, mehr oder weniger in das erste Thema ein. Das wäre in diesem Falle das Thema Hunger Games. Der ein oder andere von euch hat es eventuell schon mitbekommen, Hunger Games bekommt jetzt ein Prequel. Mich würde tatsächlich echt mal interessieren, schreibt das mal in die Kommentare, wie habt ihr denn die Hunger Games Serie, also die Filmserie, empfunden die drei Teile, die Trilogie? Oder es war ja gar keine Trilogie, es waren ja sogar vier Filme, weil der eine gesplittet wurde. Wie haben euch die Filme gefallen? Das würde mich mega interessieren. Ich kann euch so viel sagen, ich habe die Bücher nicht verfolgt, aber meine Schwester ist wirklich, was Romano und solche Geschichten angeht, ein Hardcore-Reader und hat vorher schon, wo angekündigt wurde, dass der Film in die Kinos kommt, gesagt, die Bücher, die waren sensationell und das muss man einfach mal lesen und das muss man gesehen haben. Dementsprechend war ich dann sehr gespannt, was die Filme anging. Ich muss sagen, ich fand die Filme relativ cool. Wenn ich sagen würde, welcher Film mir am besten gefallen hat, dann ist es sicherlich der zweite. Der erste ist auch ganz cool, wobei ich sagen muss, der zweite ist auch nicht schlecht und dann dieses zerschnipselte Ding am Ende, wo zwei Filme draus gemacht wurden, war für mich auch okay, war cool, aber war nicht so gut, finde ich, wie die ersten beiden. Ich finde, da hat man definitiv gemerkt, dass so ein bisschen die Qualität nach unten gegangen ist. Nach wie vor finde ich aber, das ist eine sensationelle Reihe und das ist ja auch die Reihe, die so ein bisschen dieses ganze, würde ich sagen, diese Teen-Novel-Geschichte losgetreten hat, wo dann Mace Runner etc. hinterher kam, die ich dann alle nicht mehr so super toll fand. Und ja, Lionsgate braucht natürlich, ich glaube, das ist Lionsgate in diesem Fall, braucht wieder mal ein bisschen was in den Kinokassen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie dementsprechend ganz froh sind, dass da jetzt nochmal ein Buch hinterherkommt. Ich habe für euch hier nochmal, ja, mehr oder weniger so ein bisschen Facts, die das untermauern, denn wenn wir solche Sachen machen, dann möchte ich mit euch immer auch über Sachen sprechen, die jetzt nicht irgendwo wieder bei Bild der Frau gepostet wurden oder so, sondern wirklich auch, wo ein bisschen was dahinter ist. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das tatsächlich halt auch eine offizielle Geschichte. Lionsgate plant dann, das Buch definitiv zu verfilmen. Das Buch soll 2020 in die Läden kommen und ja, werden wir dann sehen, ob der Film dann zeitgleich vielleicht in die Läden kommt, beziehungsweise ein bisschen später. Zeitgleich wird natürlich schwierig, wenn das Buch dann erstmal in den Läden stehen soll. Aber ich gehe mal ganz stark aus, dass das maximal ein bis zwei Jahre hinterhergeschoben dann nochmal was gibt. Zur Story, es soll wie gesagt ein Prequel sein, wenn mich nicht alles täuscht, soll das über 60 Jahre vor den Ereignissen von Hunger Games spielen. Und das ist natürlich so ein Stück weit eine interessante Geschichte, weil ich finde, dass dieses ganze Worldbuilding rund um Hunger Games schon ganz geil war. Also die Welt, die sie so ein Stück weit inszeniert haben, war super. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Film, ähnlich wie bei Avatar, wo es sehr viele Leute gibt, die sagen, äh ja, der Film hat eigentlich vom Battle Royale geklaut. Ich glaube, Battle Royale hieß der, dieser asiatische Film. Das war immer was, wo ich auch immer so ein bisschen lächelnd mit dem Kopf geschüttelt habe. Es gibt natürlich immer wieder so, sagen wir mal, Filmskelette oder Grundgerüste, die immer mal wieder auftauchen und dann in einen Plot mit eingebaut werden, wo man immer wieder sagen könnte, oh, ähm, das haben wir schon hunderttausend Mal gesehen. Beispiel Endgame, okay? Der Bösewicht hat eine überkrasse Waffe, mit der er das gesamte Universum oder die Welt vernichten kann und die Helden versuchen, ihn aufzuhalten. Haben wir ja noch nie gesehen. Ist ja absolut neu. Nein, natürlich ist das nicht neu. Aber wie das Ganze inszeniert wurde und das Worldbuilding außenrum, das ist neu. Und das ist genau dasselbe bei Avatar gewesen, wo die Leute gesagt haben, äh, das ist doch hier Dancing with the Wolves oder Fangalli oder Pocahontas. Ähm, der Grundplot, den gibt es so ganz oft in vielen Filmen, aber das Worldbuilding außenrum und so, das macht ja eigentlich erst wirklich die Geschichte aus und den Film an sich. Und dementsprechend, ähm, hab ich sowas immer ein Stück weit abgewiegelt. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, knapp über 60 Jahre, soweit ich weiß, ähm, spielt es vor dem ersten Hunger Games und, ähm, ich bin gespannt, wie sie die Welt inszenieren. Ich bin aber auch gespannt, wie sie das Ganze machen ohne Katniss Aberdeen, ne, weil das ist natürlich auch sowas, äh, wo man sagen muss, das war ja so die, die, die Hauptfigur, ähm, der, der Bücher und war natürlich auch die Hauptfigur der Filme. Und was sie dann da als Protagonisten benutzen oder wen, ähm, der dann den Plot so ein Stück weit nach vorne treibt, ja, das bleibt dann natürlich erstmal ein Stück weit spannend. Und da bin ich echt gespannt, ähm, in welche Richtung sie gehen. Ich guck mal kurz in den Chat, was ihr so losgelassen habt. Ähm, Aprilia Vader schreit, Bombo, Grüße von einem, äh, FC Bayern-Fan. Bäh! Ne, schön, dass du da bist. Ähm, was Fußball angeht, ich bin wirklich ein Hardcore-Dortmund-Fan, aber ich bin nicht verbissen. Also, wir haben in der Familie ganz viele verschiedene Fans und wir kappeln uns da auch gerne. Also, äh, keine Angst, das macht mir überhaupt nichts. Das macht mir eher Spaß, da sich gegenseitig ein bisschen zu kappeln und, ähm, jeder wie er mag. Eintracht Braunschweig ist hier auch vertreten, sagt der David, das freut mich sehr. Äh, Lacki sagt, Tag, Leute. Nino schreibt, äh, Servus, bin Hubertus, grüß dich, mein Bester. Der Okan schreibt, habt noch Catching Fire und Mockingbird 1, glaube ich, gesehen. Ähm, wurde dann irgendwie sehr zäh. Ja, stimmt. Also, wie gesagt, ähm, der Erste war ganz cool, der Zweite war auch noch gut und der Letzte, der war halt doch schon auch, ähm, so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen? Es war am Ende einfach nur noch traurig und niederschlagend irgendwie. Aber das ist auch die Welt, die inszeniert wurde. Das war halt keine, äh, ne, Willy Wonka-Welt. Das war halt schon so ein bisschen eine grausige Welt, die da inszeniert wurde. Also, was, wie ich finde, was sie auch ganz gut gemacht haben. Und, ähm, zum Ende hin, finde ich, wurde es ein bisschen schwächer. Ähm, ähnlich, der Okan hat jetzt gesagt C, ich würde jetzt nicht unbedingt C unterschreiben. Ähm, aber auch nicht schlecht, ne, nur schlechter definitiv als die ersten beiden, weil die waren schon sehr gut, finde ich. Ähm, Italiana schreibt, äh, guten, äh, schönen, schönen guten Abend. Ähm, ja, grüß dich. Äh, Lecki schreibt, äh, da, hab, die hab ich noch nicht geschaut. Schade. Äh, Aprilia schreibt, an alle im Chat, äh, glaubt ihr, dass die Star-Wars-Saga endet bei Teil 9 oder wird es vielleicht, äh, in 20 Jahren weitergehen nach Episode, wie nach Episode 6? Ähm, das ist eine, eine Frage, wenn du bis zum Ende dran bleibst, ähm, Aprilia, die werde ich dir beantworten, wie ich das sehe und werde sie dann nochmal im Chat aufgreifen. Ähm, der Schlimsel schreibt, äh, hab ich nicht gesehen bis jetzt, okay. Ähm, David schreibt, ähm, David oder David? Ähm, ich bin auch Hunger Games-Jungfrau. Ja, dann wird's, äh, definitiv Zeit. Ähm, Ghost Forever schreibt, äh, Hunger Games, den ersten hab ich nur geschaut, das hat mir gereicht. Ja, ist natürlich ein Billion-Dollar-Franchise, muss man natürlich sagen. Ähm, äh, da gibt es, äh, definitiv keine Zweifel dran. Es kann, man kann sich drüber streiten, ja, äh, wie, wie einem die, die, äh, Filmreihe gefällt. Tatsache ist aber, dass, ähm, die Reihe relativ viel Kohle eingespielt hat, äh, hat, dass, wenn mich nicht alles täuscht, die Bewertung zumindest der ersten beiden Teile auch, ähm, relativ gut war. Und wie gesagt, es war ja so ein kleines Phänomen. Man muss aber auch sagen, nachdem der letzte Teil ins Kino kam, ist das Ganze auch schon extrem abgeflacht. Also, der Hype war da, als die Filme im Kino waren, aber danach, ähm, ist es schnell bergab gegangen und das ist ja bei vielen anderen, äh, popkulturellen Marken nicht ganz so. Also, da ist es ja wirklich so, die halten sich stetig teilweise ja über Wochen, Monate, je nachdem, manchmal Jahre. Ähm, und das war jetzt bei Hunger Games nicht. Ähm, dementsprechend, ähm, sehe ich das tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie bei Harry Potter, ähm, dass da jetzt einfach versucht wird, nochmal ein Prequel zu schalten. Was ich nicht schlecht finde, weil ich einfach finde, dass die Welt, in, äh, der dieser Film oder die Filme gespielt haben, dass die einfach viel hergibt. Und ich denke, da kann man, ähm, definitiv einiges machen. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir tatsächlich auch schon, äh, ja, mehr oder weniger zum nächsten Punkt. Und, äh, der nächste Punkt wäre an dieser Stelle etwas, wo ich glaube, ähm, das könnte ganz bestimmt den guten Okan, ähm, sehr interessieren. Und zwar, ähm, geht es jetzt um Kingsman. Ähm, Kingsman bekommt auch ein Prequel. Kingsman, für die, die es nicht wissen, ähm, ich glaube, äh, der Untertitel ist ja irgendwie Kingsman Secret Service. Ähm, der, die Serie hatte ja, oder die Filmserie hatte zwei Teile, wo ich sagen würde, der erste, den finde ich persönlich sensationell. Für alle die, ich will jetzt nichts spoilern, obwohl der Film ist schon so lange draußen, da dürfte man eigentlich nichts mehr spoilern. Aber, ähm, der erste Teil, ey, die Szene in der Kirche kommt mal klar. Wie krass war das bitte? Also eine der geilsten und zugleich lustigsten Action-Szenen der letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nach wie vor absolut mega. Beim zweiten Teil muss man sagen, da ging es schon so ein bisschen bergab. Erstmal ging mir Elton John ultra auf den Sack. Ehrlich. Ähm, und dann war irgendwie, ja, irgendwie war der Flair nicht mehr so ganz da, wie vom ersten Teil. Aber, jetzt machen sie definitiv ein Prequel. Und auch hier haben wir natürlich, wenn wir da drüber quatschen, ähm, jetzt dann auch wieder ein Stück weit was, wo wir das dann auch belegen können. Und zwar, ähm, ist hier dann mal so die offizielle Presseerklärung. Und hier sehen wir dann auch, dass, äh, drinnen geschrieben wird, dass der Film im Februar 2020 in die deutschen Kino, oder in die internationalen Kinos kommen soll. Ob der dann bei uns im Februar kommt, gehe ich auch davon aus. Aber wahrscheinlich nicht zeitgleich, wie das oftmals so ist. Ähm, was ich persönlich ganz geil finde, ist, dass Matthew Warren den wieder dreht. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, der Regisseur vom ersten Teil. Und unter anderem auch da, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der Regisseur von X-Men First Class. Ähm, und leider Gottes, lange gemunkelt, ähm, als Regisseur für, ähm, Man of Steel 2, kam dann leider doch nicht zustande. Ähm, ja, super Regisseur und, ähm, er macht jetzt hier ein Prequel. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, weil das natürlich ein Stück weit, ähm, so die Origin-Story von dieser Independent Intelligence Agency sein soll. Ähm, und ich nicht weiß, warum sie das machen. Da bin ich ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, warum sie das jetzt nicht, ähm, Sequel-mäßig ein Stück weit mit aufziehen. Oder, ähm, warum sie tatsächlich nicht ein anderes Land nehmen. Weil, wenn ich an dem zweiten Teil was geil fand, dann war das tatsächlich die Geschichte, dass alle Länder so eine Agency haben. Nur die halt, ähm, von der Art her natürlich so ein bisschen stereotypisch anders ist. Also, ich fand zum Beispiel, ähm, diesen, äh, Cowboy-Charakter von Channing Tatum im zweiten Teil eigentlich tatsächlich sehr lustig. Und ganz cool. Und da hätte ich mir da vielleicht ein Spin-Off gewünscht oder, ähm, ähm, ein Sequel. Ähm, warum sie da jetzt ein Prequel und eine Origin-Story draus machen, bin ich mir nicht sicher. Ich gehe mal davon aus, dass das natürlich in dem Fall, äh, ich glaube, Harry heißt der ja, ähm, der, äh, Lehrmeister aus dem ersten Teil. Ich hab, ähm, hab's jetzt mir nicht irgendwie notiert oder so frei aus dem Kopf. Also, kann sein, dass ich mich da vertue. Aber ihr wisst, wen ich meine. Ähm, der auf jeden Fall, der im ersten Teil, Aggie, glaube ich, heißt der ja irgendwie, den Kleinen dann zur Agency holt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der wohl, ähm, da der Protagonist sein wird. Und dass wir ihn wohl während der Ausbildung verfolgen werden. Und dann so ein bisschen seinen Werdegang beleuchtet wird. Es ist eine coole Serie. Man muss, ähm, ich sag immer Serie. Es ist eine coole Filmreihe. Ähm, aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Teil ein bisschen abgeflacht. Und, ähm, ich hab trotzdem mega Bock auf das Prequel und bin gespannt, was wir daraus machen. Es ist jetzt natürlich keine Billion-Dollar, ähm, Filmreihe, wo man, ähm, jetzt sagen kann, oh mein Gott, das kommt auf uns zu. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich sagen muss, das hat Style, das hat Witz. Und ich würde das tatsächlich ein Stück weit mit John Wick vergleichen. Wobei, ähm, John Wick da schon einen ernsteren Ton anschlägt, äh, äh, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ähm, Kingsman geht dann doch schon ein bisschen mehr, ja, würde ich sagen, ähm, so ein bisschen in die, in die Comedy-Richtung. Ähm, ja, mich würde interessieren, ähm, hab ich euch jetzt vorher gar nicht gefragt. Wie sieht's denn bei euch aus? Ähm, wie, Kingsman-Prequel, habt ihr Bock drauf? Die Kingsman-Filme an sich, habt ihr die gesehen? Wie fandet ihr die? Wie fandet ihr den ersten? Wie fandet ihr den zweiten? Ähm, haut's mal in den Chat, wir machen dann wieder eine kurze Chat-Pause und, äh, quatschen mal drüber, was ihr so geschrieben habt. Und, ähm, da bin ich dann auch, äh, sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich würde sagen, äh, dann machen wir definitiv weiter. Und jetzt kommt was? Ich glaube, äh, das wird den einen oder anderen im Chat definitiv sehr interessieren. Und ich hab auch echt mega Bock drauf. Und zwar, ähm, sprechen wir jetzt, würde ich sagen, um, äh, ja, das hier. Und, äh, das ist, äh, Star Wars Vader Immortal. Das ist, ähm, die VR-Serie oder beziehungsweise Spiele-Serie. Wenn mich nicht alles täuscht von Oculus Rift, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, ja, Oculus Rift, glaube ich, ähm, ist jetzt Episode 1 veröffentlicht worden. Und, ähm, ja, ist ja Kanon. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch, ähm, das ein oder andere, äh, ja, Newschen oder Informationschen, äh, wo wir jetzt mal drüber quatschen. Äh, denn, äh, da ist sogar eine News mit drin, beziehungsweise eine Szene, wo ich finde, die ist für den Kanon und für den Star-Wars-Fan vielleicht, ja, würde ich sagen, sehr wichtig. Und vielleicht auch für den nächsten Film so ein Stück weit vorbereitend. Ähm, da kommen wir jetzt erst mal drauf zu sprechen. Ähm, insgesamt ist es so, dass dieses ganze, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, VR-Gedöns irgendwie noch nicht so an mich rangegangen ist. Also, ähm, ich weiß nicht, weder die VR-Brille von der Playstation 4 noch dieses ganze Oculus-Geschichte, das ist nicht so meins, einfach nur aus dem Grund, weil ich finde, es ist noch zu unausgereift. Also, selbst wenn man sich die Spielszenen jetzt hier anschaut und, äh, da hat ILM mit dran rumgewerkelt, dann sieht man doch schon, dass diese VR-Brillen nun mal, ähm, teilweise nicht mal in Full-HD sind. Die Auflösung ist nicht so toll, dementsprechend ist die Grafik nicht so super. Aber, äh, und, äh, das ist eine Sache, warum, ja, ich da noch nicht so wirklich dran gehe. Für mich ist es noch mehr ein Gimmick und eine Spielerei, als wirklich was Ernstzunehmendes und ein Ernstzunehmendes Erlebnis. Da hat allerdings jetzt, äh, Vader Immortal, ähm, würde ich sagen, doch schon so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Vorreiterstellung eingenommen. Denn ich würde behaupten, dass es das erste VR-Spiel, das vielleicht ein Stück weit Relevanz gewonnen hat, einfach nur aufgrund dessen, dass da natürlich Star Wars im Titel steht. Und, dass der Inhalt natürlich, äh, Star Wars, ähm, Saga-Kanon ist. Und das ist natürlich schon eine krasse Geschichte. Ja, wenn ihr euch fragt, ähm, was passiert denn eigentlich so bei Vader Immortal, das ist tatsächlich das, wo wir jetzt drüber quatschen. Denn ich finde, die Story an sich, die ist mega interessant. Und die Inhalte von dem Spiel, die sind tatsächlich diskutabel und vielleicht auch ein Stück weit, wie gesagt, wegweisend, wenn's dann in Richtung Episode 9 geht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Ganzen. Und, ähm, ich präsentiere euch einfach mal so ein bisschen den Plot, damit ihr auch mal ein Stück weit einen Überblick eventuell habt, ähm, über was, beziehungsweise um was es denn hier geht. Ähm, ihr startet bei, ähm, bei dem Vader Immortal als Pilot in eurem Raumschiff. Und irgendwann, wie es halt nun mal so ist, ähm, kommt ihr oder fliegt ihr aus dem Hyperspeed raus oder werdet rausgerissen und werdet an Bord eines Sternenzerstörers geholt. Ähm, werdet mehr oder weniger gekapert von dem Imperium. Und, ähm, es kommt dann raus, dass Vader explizit nach, äh, dir, du, dir als Hauptperson, ähm, das Raumschiff gesucht hat und von dir was ganz Spezielles möchte. Und am Anfang ist noch nicht wirklich klar, was will Vader denn unbedingt von dir? Ähm, dann kommt dabei raus, dass du über dem Planeten Musterfahr, wie ihr hier auf dem Bild schon gut erkennen könnt, ähm, aus dem Hyperraum gerissen wurdest und, ähm, dann auch zu dem Schloss von Darth Vader transportiert wirst. Ähm, wie ihr hier ganz gut sehen könnt, ähm, ist das, ähm, nun mal das Schloss, was uns aus Rogue One schon bekannt ist. Ähm, ihr werdet dementsprechend, ähm, zu diesem Schloss, ähm, eskotiert, ähm, wo Darth Vader auf euch wartet. Und Darth Vader hat euch, ähm, wie das nun mal so Imperium und Kylo Ren und Vader und Sith typisch ist, natürlich an so einen, äh, ich würde jetzt mal sagen, Befragungstisch gefesselt, Befragungsstuhl gefesselt. Ähm, und, ähm, das ist, äh, dann schon mal ganz komisch und dann seht ihr, wie Vader auf euch zukommt und hat, äh, sieht tatsächlich aus wie so ein 80er, 70er Jahre Spielwürfel nur mit, äh, also dieser Würfel, ne, den du nach Farben sortieren musst, nur natürlich ohne Farben. Und das ist ein Relikt und er sagt zu dir, du sollst versuchen, den zu öffnen. Ähm, du nimmst den dann als Spielfigur in die Hand und, ähm, der imperiale General oder wer auch immer das ist, der da mit dabei steht, flippt dann erstmal aus. Denn während du dieses Relikt in die Hand bekommst, fängt das an sich zu bewegen und, ähm, dann hörst du aus dem Dialog heraus, dass du nicht der Erste bist, der das versucht hat, ähm, viele andere haben das versucht oder sollten das versuchen und haben aber es nicht geschafft, dieses Relikt zu öffnen. Du bist der Erste. Ähm, Vader nimmt dir dieses Relikt dann wieder aus der Hand ab und lässt dich dann alleine, ähm, ja, auf diesem Tisch zurück, wo du dann es natürlich schaffst, mit der Hilfe deines Droiden, ähm, auszubrechen. Und dann so ein bisschen deinen Weg durch Mustafar zu suchen. Was hier ganz geil ist, sind so ein bisschen die ersten, ähm, Hintergründe, die wir an sich über Mustafar bekommen. Denn Mustafar ist für uns tatsächlich im Star Wars Kanon, ähm, ähm, ja, würde ich sagen, so ein, so ein, so ein kleines Mysterium gewesen. Denn, ähm, klar ist, wir kennen Mustafar aus Episode 3, wo sich, ähm, ähm, äh, die, ähm, die Handelsföderation etc. verkriecht, also die Separatisten, wo Anakin ja dann auftaucht und sie alle abmetzelt, beziehungsweise auch, wo Anakin ja mehr oder weniger, ähm, oder Darth Vader zu diesem Zeitpunkt, äh, nicht mehr den High Ground hat. Und demnächst Prothesen benötigt, wo ihm also die Beine von Obi-Wan abgeschnippelt wurden. Und auf diesem Punkt, wo das passiert ist, hat er ja explizit sein Schloss errichtet. Und wie wir aus dem Kanon und Rogue One wussten, ist es ja, das hat er mehr oder weniger aus dem Grund gemacht, er hat auf dem Boden, wo er seine größte Niederlage errungen hat, ähm, hat er mehr oder weniger so sein, sein Schloss gebaut, um die dunkle Seite zu füttern, um sein Hass Rage zu füttern, ähm, allerdings erfahren wir in diesem, äh, ja, in diesem Spiel, in dieser, ähm, VR-Episode, dass das tatsächlich nicht das gesamte Bild ist. Denn, was hier ganz geil ist, ist, ähm, Mustafar war ursprünglich tatsächlich halt auch mal ein relativ, ja, ähm, würde ich sagen, bewachsener Planet. Also, man kann das durchaus schon mit einem Planeten wie Endor vergleichen. Was ihr hier jetzt seht, ist aus einer Vision von dieser VR-Mission. Das heißt, dieser Planet war ähnlich wie Endor oder wie viele andere Waldplaneten eben mal stark bewachsen und war eben nicht, ähm, diese extreme, ähm, ja, äh, Lavalandschaft und Vulkanlandschaft, ähm, zu der sie dann später erst wurde. Und dazu kommen wir dann auch, wie das Ganze passiert ist. Ist also dementsprechend ganz spannend. Wir haben hier einen Planet, der eigentlich, ja, mit Wildnis überwuchert ist und wo es tatsächlich auch ein Stück weit, äh, ein eingeborenes Volk gibt. Ähm, zu diesem eigengeborenen Volk, äh, lebt da tatsächlich auch noch jemand anders und der wird in diesem Spiel als Lady Corvex beschrieben. Einen genauen Hintergrund zu der guten Dame gibt's jetzt noch nicht. Ähm, Tatsache ist es, sie ist kein Eingeborener von Mustafar, also sie ist keine Mustafarianerin, ach du Scheiße, ähm, sondern sie lebt da mit ihrem Partner, mit ihrem Ehemann, mit ihrem, ja, Lebensgefährten, wie auch immer, auf Mustafar und lebt in Frieden zusammen mit den eigentlichen Ureinwohnern dieses Planeten. Ähm, die sehen wir dann übrigens auch mal in dem Spiel, die seht ihr hier jetzt nochmal ganz gut. Ähm, die leben mehr oder weniger so ein Stück weit in Symbiose auch mit dieser Natur und halt auch mit Lady Corvex und ihrem Mann, ähm, zusammen auf diesem Planeten. Was ihr hier jetzt sehen könnt, ist wie gesagt so ein Stück weit ein Teil aus einer Vision von dieser VR-Mission, ähm, denn in dieser Vision sehen wir dann auch, wir sehen jetzt hier, das sind diese Ureingebore, äh, beziehungsweise diese Ureinwohner von Mustafar. Und hier wird uns präsentiert, dass diese Ureinwohner von Mustafar damals tatsächlich ein Stück weit, ähm, ja, so ein, würde ich sagen, ein übermächtiges, magisches, machterfülltes, ähm, Relikt hatten, ähm, das nannte sich The Bright Star. Das ist tatsächlich dieses halbrunde Ding, was ihr hier in der Hand von diesem Mustafarianer seht. Ich nenne die jetzt einfach Mustafarianer, die heißen wahrscheinlich ganz anders, ist mir aber scheißegal, bei Nerdbomb heißen die jetzt Mustafarianer. Also, dieser Mustafarian, der hat hier diesen Bright Star in der Hand und dieser Bright Star ist tatsächlich so ein Stück weit das Zentrum des Planeten und so ein bisschen, ähm, ja, der, wie der Name eben schon sagt, so dieser strahlende Stern des Planeten und, ähm, ja, gibt dem Planeten Energie, versorgt ihn mit Leben, etc. Also, so ein ganz, ganz wichtiges Relikt. Er hat mich tatsächlich ein Stück weit, weil wir vorhin bei dem Thema waren, ähm, auch an Dings erinnert, hier, wie heißt's, ähm, an Avatar, ja. Und, äh, ähm, ja, ähm, das war so für mich, ähm, so dieser, dieser, dieser Punkt, wo ich dachte, ah, es erinnert mich so ein bisschen an dieses A-Wa-Dings, von wegen, äh, äh, ne, A-Wa ist so die Mutter Natur und, ähm, da ist dieser Bright Star. Aber da will ich jetzt gar nicht zu lange hängen bleiben. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass auf diesem Planeten Musterfarm irgendwann dann mal ein Krieg ausbricht. Ähm, dieser Krieg ist tatsächlich so, wenn man sich das in, ähm, in dieser Vision anschaut, dann sieht das so aus, als hätten sie tatsächlich Krieg mit Wookies gehabt. Ob das der, ähm, Fall ist, ist dann natürlich, äh, ne, kann ich jetzt nicht sagen, aber in dieser Vision, die ja schon, ich würd sagen, artistisch so ein bisschen gestaltet ist, wie ihr sehen könnt, da erkennt man nicht wirklich hundertprozentig irgendwelche Gesichter oder Sonstiges. Es sieht natürlich sehr nah nach Wookies aus, ob es dann der Fall ist, ähm, keine Ahnung, das wird vielleicht später dann noch rauskommen. Ähm, gab es Krieg. Und während dieses Kriegs ist von dieser Lady Corvex dann tatsächlich auch der Mann gestorben. Ähm, ich geh mal davon aus, er wird so, äh, wahrscheinlich für diese Musterfariane oder was weiß ich, wie die Typen heißen, ähm, sehr wahrscheinlich in den Kampf gezogen sein und wird gefallen sein. So, wie es halt ganz oft in vielen Geschichten ja so ist, ähm, hat der Tod von dem, von dem, ähm, von dem Ehegatten oder von dem Partner von dieser Lady Corvex dann natürlich dafür gesorgt, dass die Alte nicht mehr ganz so knusper ist. Und dementsprechend hat sie sich halt hier dann auch diesen Brightstar geschnappt und hat mit diesem Brightstar dann auch versucht, ihren verstorbenen Ehegatten wieder zum Leben zu erwecken. Denn dieser Brightstar, wie ich schon gesagt habe, der erschafft Leben, das ist so ein Stück weit das Zentrum dieses Planeten. Und dementsprechend ging sie davon aus, dass es auch möglich ist, mit diesem Brightstar eben ihren Ehegatten ein Stück weit, ähm, ja, zum Leben zu erwecken oder zurückzuholen. Und, ähm, das hat sie in diesem Fall dann auch versucht. Ähm, das hat sie tatsächlich jetzt nicht nur mit, mit diesem halbrunden Ding versucht, äh, sondern sie hat, äh, da eine Maschine gebaut, die nennt sich Ion Engine. Und, äh, diese Maschine sollte es ermöglichen, ihr könnt übrigens vorne dieses Schwarze, das, ähm, soll tatsächlich so diesen Ehegatten darstellen mit langen Bart und Schwert auf der Brust. Und dahinter ist diese Maschine. Äh, diese Ion Engine sollte tatsächlich dazu dienen, ihren Ehegatten wieder aus dem Reich der Toten zu holen und zum Leben zu erwecken. Und, ähm, wie ich finde, eine absolut spannende Geschichte. Ähm, und, ja, das ist so, würde ich sagen, die grobe Geschichte, ne, rund um diesen Planeten Mustafa, die uns da erzählt wird. Es tut mir auch leid, wenn das nicht so flüssig ist, wie ich das sonst mache, aber ich muss währenddessen 1700 Knöpfe bedienen und guck währenddessen nochmal hier und chat und das alles läuft. Also, seid mir nicht böse. Das ist tatsächlich, ähm, äh, echt aufwendig des Todes. Ich hab immer Angst, dass ich irgendwas übersehe oder überklicke. Also, dementsprechend ist es nicht so flüssig, wie wenn ich mich nur aufs, äh, Bubbeln konzentrieren muss. Ähm, ja, ne, seid mir nicht böse. Ja, das war so diese Grundstory von Mustafa, die uns da preisgegeben wird. Und dann ist es so, wir entkommen dann dieser Zelle und schaffen es, unter Vaders Schloss zu kommen. Und, ähm, diese vorgeschobene Geschichte von wegen, oh, Vader hat mehr oder weniger das Schloss auf Mustafa errichtet, um, ja, mehr oder weniger auf dem Boden seiner größten Niederlage daraus die dunkle Seite zu zehren, ähm, war das nicht die ganze Geschichte. Denn unter seinem Schloss befinden sich definitiv die Ruinen von dieser Lady Corvex. Also von diesem Urvolk, beziehungsweise nicht von dem Urvolk, sondern von Lady Corvex, aber von diesem Ur-Mustafa-Planeten, wie er früher mal war. Und in diesem Schloss von der Lady Corvex, ähm, steht auch diese Ion-Engine. Und Vader möchte die natürlich benutzen, um Wehen wieder von den Toten zu erwecken. Ich denke, das dürfte ein Stück weit klar sein. Ähm, ich möchte tatsächlich, um euch das Ganze noch ein Stück weit zu verdeutlichen, ähm, jetzt noch eine Szene einspielen. Denn wir schaffen es dann natürlich in diesem Tempel, beziehungsweise in dieses Schloss von dieser Lady Corvex. Und, ähm, sind dann hinter so einer Jalousie und belauschen zwei Figuren, wie sie sich über diese Maschine, diese Ion-Engine unterhalten. Und, ähm, hören dann auch mehr oder weniger, es gibt Anzeichen dafür, für wen oder was, äh, dass Vader das benutzen will. Und, ähm, ausschlaggebend von dieser Szene ist aber gar nicht, ähm, dieser Plot an sich, dass er natürlich versucht, Padme wieder zurück ins Leben zu holen. Sondern diese Figur, die komplett vermummt ist, mit der er spricht, die hat ein ganz bestimmtes Synchro. Und ich möchte da noch nicht zu viel vorneweg nehmen, sondern ich möchte euch die Szene jetzt tatsächlich ganz kurz einspielen. Ihr hört gut zu, was die Synchro angeht, ähm, schaut euch die Szene genau an. Und danach quatschen wir nochmal darüber, was ich denke, wer dieser Charakter sein könnte. und in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte. Also, schaut genau hin. Und ihr glaubt, der letzte Komponente der Ion-Engine ist in eurem Krasse? Ich habe keine Wunderschöne. Du hast die Sente von Lady Korvax, dann? Eine der letzten, die Sie sehen. Unlike die anderen, diese hat die Artifakt aktiviert. Korvax? Ist das was Violet bedeutet, über Ihre Bloodline? This way! Mit der Kanon zu sein, du kannst, du kannst, die Lady Korvax'in Sektum unlocken Sieg von Lady Korvax'in Sektum. Du kannst, du kannst, die Korvax'in Sektum unlocken Sieg von Lady Korvax'in Sektum unlocken Sieg von Sektum. Du kannst, die Sieg von Sektum unlocken Sieg von Sektum unlocken Sieg von Sektum unlocken Sieg von Sektum. Sieg von mir jetzt ab. Was ist das? Adler. Ja, Leute, ich glaube tatsächlich, wenn ihr euch das Ganze jetzt hier angeschaut habt, dass es sich hier um Snoke handelt. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt hier nichts ist, wo man relativ tief buddeln muss. Denn das ist ganz klar eine Synchro. Entweder war es Andy Serkis persönlich, der das synchronisiert hat. Oder es war definitiv eine Synchro-Stimme, die ganz klar versucht hat, an die Stimmlage von Snoke ranzukommen. Dadurch, dass die Figur ja mehr oder weniger aussieht wie ein Ringgeist, komplett vermummt wurde und nett ein spezielles Design hat, finde ich, ist das schon mal ein Hintergrund. Und dann kommt noch dazu, dass wir spätestens seit dem Visual Dictionary von The Last Jedi wissen, dass der Ring den Snoke am Finger hat und unter dem Schloss von Darth Vader den Ursprung hat. Und dementsprechend fügen sich hier tatsächlich jetzt ganz viele Sachen zusammen, wo ich mir ganz sicher bin, dass wir hier tatsächlich zum ersten Mal den ersten Glimpse, wie die Amerikaner sagen, von Snoke gesehen haben. Beziehungsweise ich würde jetzt nicht sagen von Snokes Origin-Story, aber von Snokes Background-Story. Und jetzt kommt eigentlich erst das ganze Interessante ins Spiel. Denn wenn ihr da mal so ein bisschen eure Hirnwellen kreisen lasst, dann ist es ja so, dass dieses Ganze den Tod überlisten, Tote zurückholen, ja schon ein Thema seit Episode 3 ist. Was da so ein Stück weit angefangen wurde von Palpatine, der natürlich versucht hat, damit Anakin so ein bisschen zu locken, ganz klar. Das ganze Ding wird jetzt ja natürlich wieder ganz groß aufgereiht, dadurch, dass wir ja jetzt wissen, dass Palpatine, beziehungsweise der Imperator, in welcher Form auch immer, ein Part spielen wird in Episode 9. Dementsprechend ist es so, dass wir hier natürlich, vielleicht relativ versteckt und das auch extra so gemacht in einem VR-Spiel, schon die Möglichkeit sehen, wie sowas überhaupt möglich sein könnte. Denn ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn wir Episode 9 sehen und da eben diese Ion-Engine steht, das ist ja innerhalb von einem Satz erklärt. Also innerhalb von einem Satz kannst du da sagen, ja, das ist eine Maschine, die wurde unter Darth Vaders Schloss entdeckt, die es möglich macht, ja, Leute aus der Machtdimension oder auch immer, wie sie es nennen möchten, Machtdimension hört sich natürlich doof an, aber wieder ins Leben zurückzuholen. Und dementsprechend könnten wir hier natürlich, was ich relativ cool finde, ohne dass man es so wirklich weiß, schon Indizien bekommen haben. Was ich aber tatsächlich ganz, ganz krass finde, ist halt einfach, dass sie bewusst hier einen Charakter inszeniert haben, um dieses ganze Snoke-Game zu pushen. Und wenn es am Ende nicht Snoke ist, was natürlich durchaus möglich ist und auch alles andere als unwahrscheinlich ist, dann ist es aber definitiv so, dass natürlich Disney bewusst diesen Charakter so inszeniert hat und auch so mit dieser Synchro inszeniert hat, um nämlich diesen Eindruck zu erwecken. Und ich glaube aber nicht, dass es hier irgendwie so ein, ja, so ein Späßchen ist von Disney, sondern ich glaube tatsächlich, dass das Snoke ist. Denn wir wissen durch die Novels und teilweise durch Äußerungen auch im Film, dass er eben schon zu der Zeit des Imperiums da war. Und, ähm, dass er ja auch Vader, ähm, schon namentlich genannt hat. Und, ne, ich dachte, du wärst ein neuer Vader, hat er zu Kylo gesagt. Also, dementsprechend kannte er Vader ja auch. Ähm, ist es hier natürlich, ähm, oder liegt es hier natürlich relativ nah, dass er hier in irgendeiner Art und Weise schon in der beratenden Tätigkeit, ähm, dabei war. Ich find's halt krass, wenn ich, ähm, da wieder jetzt die Hirnwindungen spielen lass, in welcher Art und Weise er da ist. Also, ähm, wir sehen, dass das Vader ihm ja befiehlt. Er soll sich aus dem Staub machen, mehr oder weniger, und er haut dann auch ab. Das heißt, er ist schon irgendeine Art Untergebener. Ähm, was ich hier tatsächlich ganz krass find, ist, ähm, und da, ihr kennt mich, da gehen wir jetzt wirklich mal absolut overboard. Was ist denn, wenn dieses Thema, was in Episode 3 mit Darth Plagueis inszeniert wurde, sich so weit spinnt, dass wir hier eine Figur sehen, die mehr oder weniger Vader instruiert, wie es möglich sein könnte, die Toten wieder, äh, lebendig zu machen. Und, ähm, dass wir dieses ganze Ding, was schon lange über Snoke geschwebt hat, nämlich, Snoke könnte eventuell Plagueis sein, dass das vielleicht tatsächlich so ein Stück weit aufgebaut wird, dass das so dieser Big Reveal wär in Episode 9, und dass tatsächlich Vader ein Stück weit mit dazu beigetragen hat, durch diese, ähm, Eon Engine das zu ermöglichen. Wenn es dann natürlich nicht Plagueis ist, was ich total schade finde, weil nach wie vor, denke ich, es wäre eine coole Geschichte, ähm, wenn sie Snoke da in irgendeiner Art und Weise auch wieder zurückbringen, ist es hier ganz klar, Disney spielt, oder ich sag immer Disney, Lukas Film spielt momentan ganz krass mit diesem Theme, Tote wieder lebendig machen. Und ich denke, dass das erstens natürlich für Snoke eine Möglichkeit ist, seine Rolle ein Stückchen mehr aufzuwerten als die, die er dann bekommen hat durch The Last Jedi. Dass das natürlich die Möglichkeit ist, den Imperator zurückzubringen, ähm, indem du da schon ein Stück weit Backstory inszenierst. Natürlich ein bisschen blöd, nur für die Leute eigentlich, die dieses Oculus Rift haben oder, ne, sich den Zusammenschnitt anschauen. Ähm, aber ich denke, das ist so dieses überlagernde Thema, die Toten kommen doch wieder irgendwie zurück. Und, ähm, finde ich absolut spannend. Es gibt da für mich allerdings zwei Gesichtspunkte. Und schreibt bitte auch mal an sich, ähm, so in die Kommentare, wie ihr denn die Szenen jetzt empfunden habt. Habt ihr da auch Snoke rausgehört? Weil ich, äh, für mich ist es tatsächlich, ähm, ja, um, 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 nein, unumstößlich, ähm, dass es sich hierbei um definitiv entweder einen angedeuteten Snoke handeln soll, oder dass es definitiv Snoke ist. Ähm, ja, für mich ist es, ähm, eigentlich ganz klar, dass sie hier versucht haben, das erste Mal ein bisschen Snoke Backstory zu inszenieren. Einfach nur aufgrund dessen, es kommt demnächst auch ein Comic raus, ähm, äh, von diesem Age of Republic, glaube ich, heißt das, oder Age of Resistance, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, wo wir zum ersten Mal in einem Comic auch ein Stück weit Backstory von ihm bekommen. Und eins ist auch ganz klar. Schaut euch bitte diesen kompletten Zusammenschnitt von Vader Immortal mal an, ist sehr cool zu sehen, auch wenn die Grafik absolut crap ist. Ähm, es ist nur Episode 1. Und, ähm, dadurch, dass sie das episodenartig so ein Stück weit aufgeteilt haben, ähm, hören sie tatsächlich bei so einem Cliffhanger auf, wo nicht wirklich viel, ähm, würde ich sagen, jetzt revealed wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, Episode 2, ich weiß nicht, ob es da schon einen Termin gibt, natürlich relativ nah an Episode 9 ranrückt. Und ob es Episode 3, 4 oder was weiß ich, wie das auch immer weitergeht, ähm, dass das dann eventuell auch vielleicht erst nach Episode, ähm, 9 spielt, weil, ähm, wir durch diese Information ganz einfach schon ein Stück weit Backstory bekommen zu dem, was in Episode 9, äh, geschehen könnte. Also, wie gesagt, ist natürlich alles ein Stück weit, ähm, zusammengepflückt jetzt, aber, ähm, diese Szene geht tatsächlich jetzt momentan viral durch alle Star Wars-Szenen. Und, ähm, eins ist lustig, bevor die viral ging, hab ich die tatsächlich schon dem guten Gösta damals geschickt gehabt und hab gesagt, ey, guck dir das an. Und, ey, das ist hundertprozentig Snoke. Und, ähm, ein bis zwei Tage später ging das durch alle Medien. Und, ähm, ich hab wenig Interesse gehabt an dieser Episode, muss ich ganz ehrlich sagen, oder an dieser, an dieser VR-Series. Einfach nur, weil dieses VR mich einfach nicht interessiert hat. Und ich dachte immer, das ist so ein Gimmick, aber dann, nachdem ich mir das angeguckt hab, war da einfach, ja, so viel unglaubliche Backstory drin, dass ich dachte, erst mal find ich diese, diese ganze Story rund um Mustafa sehr geil. Ja, dass, ähm, es da tatsächlich so ein Stück weit einen Vorfall gab, ähm, der Mustafa so dargestellt hat, wie Mustafa jetzt ist, und dass Mustafa nicht immer so aussah. Das find ich persönlich erst mal, ähm, wirklich ne, ne, ne richtig geile Geschichte. Ähm, ja, also das ist, äh, das ist für mich so, ähm, schon mal, schon mal richtig geil. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hab auch Probleme mit einigen Sachen. Denn, ähm, es ist schwer zu erklären, aber die Star-Wars-Fans unter euch, die werden wissen, was ich mein. Für mich hat sich die Macht niemals angefühlt wie Magie. Für mich gab's da irgendwie immer einen Unterschied. Die Macht war immer irgendwie so, ähm, ich kann's nicht beschreiben, weil wenn du sagst, ja gut, du holst irgendwelche Dinge mit deinen Gedanken her und kannst dich irgendwo hin teleportieren als, ähm, ja, mehr oder weniger als Hologramm oder was weiß ich, dann hört sich das natürlich auf dem Papier nach Magie an. Für mich war's aber nie so wirklich hundertprozentig Magie, sondern es war, ähm, es war für mich, äh, irgendwie anders. Es hat sich anders angefühlt. Es war für mich nie Harry-Potter-like oder jetzt so irgendwas. Ne, ich denke, ihr wisst, was ich mein. Ha, wenn wir jetzt um, zu diesem ganzen Thema mit Toten wieder zurückholen und was weiß ich, was ja ein Thema sein muss in Episode 9, wenn der Imperator wie auch immer zurückkommt, ähm, dann ist das für mich tatsächlich, da kommen wir relativ nah an so ein Voldemort-Harry-Potter-Ding dran. Was in manchen Sachen nicht schlecht ist, was man auch auf die Macht ummünzen kann, nur, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das mir nicht zu viel in dieses ganze Macht-Ding reininterpretiert wurde. Denn mir zum Beispiel rein, wir gehen jetzt wirklich nur rein, ähm, von, von, ja, von der Tatsache aus, dass, äh, der Imperator zurückkommen soll, mir würde persönlich tatsächlich reichen, wenn er einen Weg gefunden hat, ähnlich wie Qui-Gon Jinn, einen Weg gefunden hat, sich, äh, ja, in der Macht ein Stück weit zu manifestieren und, äh, ne, in Kontakt mit Obi-Wan zu treten, wenn er einen Weg gefunden hat, äh, eben auch dadurch, dass er so stark ist, ähm, durch irgendeine ähnliche Möglichkeit zurückzukehren. Und wenn wir es da eben nicht durch irgendeinen Zauberrelikt, durch irgendeine Zaubermaschine oder sonst irgendwas haben. Also, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, im Endeffekt wird es dann so sein, je nachdem, wie sie es inszenieren, wird es dann auch im Endeffekt rüberkommen. Also, das ist eine Sache, die kannst du brutal machen, das ist aber auch eine Sache, die kannst du sowas von verkacken, ähm, aber vom Allerfeinsten. Also, wie gesagt, ja, ich finde es eine richtig krasse Szene und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so, ich habe ganz locker, ne, ähm, irgendwie auf der Couch gesessen, habe mir das angeguckt und dann kommt diese Szene, wo er dadurch die Jalousie guckt und ich denke, Alter, das ist Snoke? Ey, das ist hundertprozentig Snoke? Und einfach nur aufgrund dessen, ey, glaubt mir, ich habe The Force Awakens gefühlt 150 Mal gesehen. Ich würde sagen, wenn ich ehrlich bin, wird es wahrscheinlich über 50 Mal wirklich sein, aber um die 50 Mal gesehen und davon Minimum 30 Mal auf Englisch. Ich gucke ihn eigentlich fast nur noch auf Englisch, weil ich die englische Synchro sensationell finde und ganz einfach von Snoke sowieso. Das ist fucking Snoke. Das ist fucking Andy Serkis. Und wenn er es persönlich nicht gesprochen hat, dann ist es jemand, der es so sprechen sollte wie er. Also, da besteht für mich tatsächlich echt wenig, ähm, wenig Zweifel daran. Es könnte natürlich sein, dass Disney sagt, hey, jetzt haben wir extra so eingebaut, damit ihr euch mal wieder ihr dumm batzende Kopf zerbröckelt hier. Gut möglich, will ich gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist, aber, ähm, es ist definitiv so gewollt, dass die Verbindung mit Snoke dahin geht. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal ganz kurz rüber, ähm, was ihr geschrieben habt. Äh, der Okan hat geschrieben, die Mustafaris. Könnte natürlich auch gut möglich sein. Florian schreibt, sieht auch nach einem Mustafarianer aus, äh, die man aus Legends kennt, beziehungsweise, ähm, kurz in Episode 3 sieht. Ja, ja, richtig. Ähm, die sieht man ja dann auch, wie sie auf diesen Droiden, auf dem Lava-Strom, wenn mich nicht alles täuscht sind, oder? Oder sind das die Geonosianer? Ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, aber die sieht man da auch definitiv ganz kurz. Und, ähm, ja, haste recht. Sieht, kann man gut rauserkennen, obwohl, wie gesagt, gerade in diesen Visionen, die so ein bisschen künstlerisch angehaucht sind, da ist das nicht immer hundertprozentig klar. Ähm, äh, also der wie ein Wookie aussehen sollte, sagt er. Ach so, das meinst du. Och, weiß ich nicht. Kann durchaus möglich sein. Da müsste ich noch mal schauen. Ich finde, es sieht sehr Wookie-like aus, weil man so ein bisschen den Gurt erkennen kann und so. Ähm, The Hole schreibt, im Vader-Comic werden sie im Englischen Mustafarians genannt. Ah, siehste? Ähm, also Mustafarianer dürfte sogar der richtige deutsche Name für sie sein. Ist ja nicht so, dass ich es erfunden habe, aber ich hab's erfunden. Ähm, ja, The Okan schreibt dann Snoke. Ja, Kollege, so sieht's aus. Ich geh davon aus, Snoke. Ähm, man sieht die Person leider relativ schlecht, schreibt der Florian, was einfach auch Sinn der Sache sein sollte. Ähm, und, äh, aber es hört sich nach Snoke an. Definitiv. Also, so sieht's, äh, für mich auch aus. Ähm, ich find's, äh, mega interessant und, äh, ist tatsächlich, äh, eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, ist schon eine, eine richtig geile Geschichte. Ja, äh, ich würde sagen, wenn ihr jetzt dazu nichts mehr Spezielles habt, ähm, dann, äh, würden wir auch zum nächsten Thema gehen. Rein testweise. Die, die jetzt noch am Start sind, aktiv zuhören, haut mal eine Eins bitte in die Kommentare, dass ich mir sicher bin, dass irgendwie die Kommentarfunktion sich irgendwie nicht aufgehangen hat, weil irgendwie springt die hier immer hoch und runter bei mir auf der Seite und ich, äh, weiß nicht wirklich, ob das gewollt ist. Dementsprechend einfach die, die jetzt zuhören und, äh, ja, mehr oder weniger noch am Start sind, äh, und mich aktiv hören, einfach mal bitte eine Eins in, äh, den Chat reinknallen, dass ich mir da auch sicher bin. Wie gesagt, bis das Ganze hier eingespielt ist, Leute, dauert noch eine Zeit lang, ne? Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Nach dem gefühlsten, gefühlten, äh, hundertsten Livestream wird das Ganze hier schon anders ablaufen. Äh, für die, die schon relativ lange dabei sind, die wissen, wie meine ersten Podcasts sich angehört haben, wie die abgelaufen sind und wie es jetzt am Ende dann war. Also von daher, äh, wird sich da auch was tun. Ja, cool. Schön, dass ihr da noch mit am Start seid. Ja, also, finde ich absolut mega. Wie gesagt, konnte ich euch jetzt vielleicht nicht so flüssig rüber, äh, bringen, wie ich das gerne wollte, durch das Ganze, die 500 Sachen, die ich nebenbei machen muss. Ähm, aber ich würde euch bitten, schaut bitte mal auf YouTube. Gibt's einfach einen, Vader Immortal, und dann ist schon der erste oder zweite Beitrag einen Zusammenschnitt, ohne dass ihr irgendeinen Idioten seht, mit der Brille, der da rumfuchtelt, sondern wirklich rein, ähm, nur dieses, diese ganze Episode euch angucken könnt. Auch wenn ich bei der Episode ungefähr 150 Mal lachen musste, weil ich genau wus, äh, weiß, wenn ich das gespielt hätte, hätte ich genau dieselbe Scheiß gemacht. Da gibt's nämlich eine Szene, da kommt Vader ganz nah an die Spielfigur ran, und der Typ, der steuert, fängt an, mit seinem Finger die Knöpfe von Vaders Brustpanel zu drücken und sowas. Das ist halt hundertprozentig das, was ich auch versucht hätte, solche, solche Spinnereien. Das nervt vielleicht ein bisschen, wenn man sich das anguckt, aber, äh, trotzdem, wie ich finde, ähm, echt eine coole Geschichte und, ähm, ja, hat echt Spaß gemacht, sich das anzugucken, besonders dieses, ähm, ja, kleine Snoke-Gimmick, äh, hat tatsächlich schon viel rausgerissen. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann, äh, zum nächsten Punkt, und der nächste Punkt ist tatsächlich auch was, ähm, was ich persönlich, ähm, ja, total spannend finde, denn, äh, jetzt will ich noch mal kurz hier gucken, sind wir da richtig? Ja. Denn, wir bekommen natürlich auch eine Game of Thrones Prequel-Serie. Ähm, für alle die, die sich gewundert haben, ich hab etliche Nachrichten bekommen, ey, Bombo, ähm, du hast doch gesagt hier, du willst noch mal was zu Game of Thrones machen, und cool, oder wie sieht's aus, warum machst du das nicht? Ähm, möchte ich einfach noch mal kurz erklären. Ich möchte sehr gerne, ähm, alles, was ich hier auf dem Kanal mache, Sachen machen mit Passion. Ich rede sehr viel über Star Wars, weil ich Star Wars liebe. Ähm, ich rede sehr viel über Figuren, weil ich Figuren liebe. Ich rede sehr viel über Comic-Book-Movies, weil ich die liebe. Ihr versteht, was ich meine, denke ich. Ähm, wenn es Sachen gibt, die ich absolut doof finde, oder, ähm, Sachen gibt, wo ich finde, da ist zu viel Negativität drinne, dann möchte ich das nicht. Und, ähm, ich persönlich, um das ganz kurz abzurunden, war mit der letzten Staffel auch nicht zufrieden. Im Gegensatz zu gefühlt 90 Prozent, und ich muss das leider so drastisch ausdrücken, der absoluten Internet-Vollspastis, die nix anderes zu tun haben, außer 24 Stunden, in irgendwelchen Hate-Beiträgen, Negativität und irgendwas zu verbreiten, habe ich keine Lust, über ein Thema zu reden, das momentan so hoch kocht und wo mir ein Stück weit die Leidenschaft fehlt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas haben wie The Last Jedi, das ist doch schon sehr kontrovers, äh, der Film war doch schon sehr kontrovers, und es gibt viel Negativität, die ich auch absolut verstehen kann und die ich auch teilen kann, dann kann man darüber sprechen, weil Star Wars ist sowas, was ich liebe, ähnlich wie Game of Thrones, und dann kann man sich damit auseinandersetzen. Ähm, Bei Game of Thrones war das jetzt allerdings so, das war für mich dieses typische, und es wundert mich, dass es so wenig Leute durchschauen, wirklich dieses typische, ähm, Social-Media-Bashing, es ging gar nicht mehr darum, wie habe ich wirklich irgendwas gefunden, sondern es haben sich relativ viele darauf eingeschossen, wie dumm manche Sachen sind, und dann haben ganz viele Leute das einfach so wiederholt. Ich habe so viele Leute gelesen, ehrlich, von denen ich weiß, die gucken sonst Filme, die sind eigentlich Sharknado-Niveau und nix gegen Leute, die Sharknado schauen oder so, das hat natürlich auch seinen Platz, aber ihr wisst, was ich meine. Die haben sonst Sharknado-Niveau, und dann schreiben die irgendwas von wegen, äh, ja, also, das Drehbuch hatte, äh, schon, äh, etliche Schwächen, das hatten wir da schon gesehen, Dreh, du hast überhaupt keine Ahnung, wie man Drehbuch schreibt, also, ne, ich bin hier auch nicht der Filmstudent oder irgendwas, das ist was, wo ich mich mit auseinandersetze, weil es mein Hobby ist und so, versteht mich nicht falsch, darum will ich das gar nicht kritisieren, aber das sind Leute, wo ich weiß, die hören irgendeinen, irgendeinen Reviewer oder sonst irgendwas und geben das dann wieder, Oh, das Screenplay war nicht gut, das Drehbuch war nicht gut, ähm, das ist einfach, äh, sorry, da, da weiß ich, das ist nicht, das kommt nicht aus deren, aus deren Mund. Natürlich empfindet derjenige trotzdem, hey, irgendwas stimmt da nicht, ja, also, irgendwas gefällt mir da nicht so, aber das dann so, äh, professionell zu bezeichnen, das ist dann tatsächlich halt, finde ich, bei Leuten, wo man weiß, ähm, das ist sonst nicht der Fall, weiß ich halt, woher das kommt, und das sind dann für mich auch keine, ähm, ja, finde ich keine Unterhaltungsgrundlagen, wo ich das gerne machen will, denn, wir haben das Problem, und, ähm, ja, ich, ich würde sagen, ähm, da haben wir auch schon genügend drüber geredet, ich möchte es aber nochmal sagen, wir in der Popkultur haben tatsächlich hier das Problem, wir haben nur noch eine fucking Overkill 10 End, Avengers Endgame, oder, wir haben nur noch eine 0,007 Sun, also wie der Film Seven Sun, so eine Grütze, dazwischen gibt es nichts mehr, ja, äh, 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 Staffel 8 war nicht super, war Staffel 8 Dreck und Müll und Scheiße und, sorry, ey, habt ihr mal geguckt, was sonst so im Fernsehen läuft, die, diese ganzen CW, äh, Comic Book, äh, äh, mit Flash und was weiß ich, die, wo du dir nur noch gegen den Kopf schlagen kannst, also, versteht mich nicht falsch, auch die erfüllen ihren Zweck, auch die haben Fans und auch bei denen ist es legitim, die machen genau das, was sie machen sollen, aber rein vom Aufbau, vom Storytelling sind die ja nicht mal ansatzweise auf dem Niveau, was, äh, die Season 8 da fabriziert hat, ne, und trotzdem sind die Leute da so ausgerastet, für mich war das halt ganz einfach wirklich, ich hab da was gesehen und, ähm, ähm, auch da wieder, ne, für alle, die, die Season 8 nicht, äh, gut fanden, das ist okay und ihr habt eure Meinung da auch verdient und wenn man was nicht mag, dann mag man das nicht, finde ich absolut cool und gehe ich auch mit d'accord, ne, und man muss das auch nicht jedem erklären, warum man manche Sachen nicht mag, man mag die dann manchmal nicht. Ich denke aber auch, ähm, dass gerade, äh, Season 8 hat so viel aufgegriffen, dass die Staffel erst so wertig gemacht hat, wenn man vorher viele Sachen aus den Staffeln davor, sich nochmal, ähm, wieder ins Hirn gerufen hat und ich hab tatsächlich einen relativ coolen YouTube-Kanal gefunden, ähm, der immer, bevor ich irgendeinen Teil geguckt hab, gesagt hat, schaut euch den und den Teil nochmal an, bevor ihr den nächsten Game of Thrones Teil guckt und das war dann wirklich teilweise so, so Brain-Fuck-Situation dabei, wo ich gedacht hab, Alter, da greifen sie in Season 8 eine Sache auf, die in Season 3 war oder 1 oder was weiß ich, wie geil ist das denn? Das kann einem normalen Viewer, einem normalen Zuschauer gar nicht auffallen, der Staffel 3 oder Staffel 1 das letzte Mal vor 5 Jahren oder so gesehen hat. Das geht gar nicht. Und das, finde ich, da ist das Problem auch so ein bisschen, ähm, mit dieser Bewertung. Und dann einfach auch so viele Sachen, ähm, wo ich glaube, wo einfach wirklich viele Leute da gesessen haben und haben jetzt erwartet, wir kriegen da ein Avengers Endgame. es wurde wirklich gedacht, du siehst bei den Schlachten, das sieht genauso aus wie in den ganzen Hollywood-Schlachten, wie sonst auch überall. Und, ähm, dabei verstehe ich das nicht, weil Game of Thrones hat noch nie, ähm, das so gehandhabt, wie es viele Hollywood-Produktionen gehandhabt haben. In, in vielen Situationen schon, definitiv. In vielen Sachen aber einfach auch ein Stück weit unik. und darum fand ich auch tatsächlich, dass das so dunkel war, ja, bei der Schlacht um Winterfell. Das war natürlich, ne, gewöhnungsbedürftig, aber für mich war das so was, das war realistisch. Da, da ist Staub, da ist Feuer, da ist Schnee, da ist, äh, du siehst halt kaum was. Überall ist Blut und es qualmt und, ähm, ich hab mich tatsächlich so gefühlt, als wäre ich da mittendrin. Ich fand jetzt auch nicht alle Charakterentscheidungen super. Ähm, man muss sich aber einfach mal in den Kopf rufen, dass es da eben nur sechs Teile gab. Sechs waren's, glaub ich, ne, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich gerne. Ich mein, ähm, es war, es war sechs. Aber, ne, das muss man da einfach ein Stück weit mit reinbeziehen und dann dieses Schwachsinn, die teilweise geschrieben wird und man merkt ganz einfach, dass das jetzt nicht mehr nach den Büchern geht. Ihr Vollhonks! Der Martin hat, ist Produzent an der Serie. Der hat denen natürlich gesagt, wie die, wie die ganze Geschichte ausgeht. Der war natürlich mit dabei und ihr werdet sehen, dass das in den Büchern, in den Grundzügen identisch sein wird. Natürlich gibt's da Abweichungen, weil es jetzt auch zu den, ähm, in Episode 1, in Staffel 1, 2 und 3 Abweichungen zu den Büchern gab. Natürlich wird's die geben, weil Serie ist Serie, Buch ist Buch. Aber die Grundstruktur wird in dieselbe Richtung gehen und das, wenn ich das lese, das ist einfach nur dumm. Tut mir leid. Und ich, ich seh's dann auch wirklich manchmal so, ähm, ich lese dann nur raus, mi, 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 die Serie ist nicht so, wie ich gewollt hab. Das Ende ist nicht so, wie ich's gewollt hab. Der Charakter hat nicht das gemacht, was ich gewollt hab. Nein, der hat das gemacht, was Martin gewollt hat. Und das ist auch absolut okay. Seine Story und so wie's ausgehen sollte, soll's ausgehen. Und da muss man dann halt irgendwann mal mit klarkommen, ob man die Entscheidung dann immer gut findet oder nicht, okay, ist ne andere Sache. Aber das dann wirklich so darzustellen, als hätten wir hier die Sesamstraße 2.0 gesehen. Ehrlich, das ist für mich einfach hirnrissig. Aber das war meine kurze Zusammenfassung wegen Game of Thrones. Ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich da kein Video machen wollte. Denn hätt ich da ein Video gemacht, hätt ich einfach gefühlt auf 90% der Vollspastis in allen Gruppen schimpfen müssen, die, ähm, eigentlich nix anderes zu tun haben, als Negativität zu verbrechen. Ich hab in den letzten Wochen und Monaten so viele schlechte Filme gesehen, ähm, wenn sie jetzt nicht überhypt waren im Internet, hab ich dazu gar nix gesagt. So, aber das war wieder wirklich so ein Ding, das hat mich komischerweise sehr an die Zeit von Batman vs. Superman erinnert, wo Batman vs. Superman gefühlt so eine Internet-Piñata war, wo jeder draufgeboxt hat. Und das war tatsächlich Game of Thrones da auch so. Ähm, und tut mir leid, die Leute, die ich im Internet kenne, die ich schon über Jahre hinweg verfolge, die mit mir schon, äh, ja, so lang bin ich ja noch nicht in den sozialen Medien, aber in fünf Jahren, sagen wir mal so, ab der zweiten Staffel oder so, mit mir immer in Social Media so die neuesten Teile kommentiert haben und was weiß ich, die diese komplette Reise mitgegangen sind bis zum Ende hin, die können da gar nicht hundertprozentig enttäuscht sein, sondern eher enttäuscht davon, dass es die Serie nicht mehr gibt. Aber ansonsten war das ne supergeile Reise und leider nicht mit dem sensationellsten Abschluss ever, das kann ich genauso unterzeichnen, bin ich absolut bei euch, aber weit, weit entfernt davon, ein absoluter Müll oder irgend sowas zu sein. Ich werde Bewertungen nicht mehr machen, weil ich auch finde, Bewertungen sind irgendwie, da sagen die Leute, warum ist das ne 7, wenn das ne 7 ist und da hab ich's letztes Mal in ne, ja, mehr oder weniger in nem Livestream von John Campier, der ja auch so ein bisschen Movie-Geschichten macht, der hat das da erklärt und da fand ich, ja, das find ich eigentlich auch. Also, ich find einfach nur, ich sag, find ich gut, kann man sich angucken oder, naja, war nicht so, weil sobald mir Wertung raushaut, dann wird das in irgendeine Schublade geschoben. Eigentlich ist das Banane. Aber wenn ich diese Staffel noch bewerten würde, dann würd ich sagen, zwischen 6,5 und 7 von 10 Nerdbomben würd ich definitiv geben, weil alles, was drunter ist, also es ist überdurchschnittlich definitiv trotzdem noch, weil das, was wir da rein visuell gesehen haben, schießt einfach schon jeden Vogel ab. Storytelling nicht das, was wir gewohnt sind, aber okay, ne, aber in irgendeine Richtung zu gehen mit einer 2 oder sowas oder einer 1 von 10, also, was manche da geben, sorry, das, nur Kopfschütteln. Aber, wie es halt immer so ist, ne, jeder hat seine Meinung und jeder kann die auch gerne wiedergeben. Ich find nur immer, man sollte so ein bisschen, ja, auf dem Teppich bleiben und was du da halt immer wieder liest in den sozialen Medien, das ist, manchmal ist mir zu viel Negativität und Negativität macht mir tatsächlich auch meine Hobbys ein Stück weit kaputt und ich denke das bei euch auch so und ich geb euch wirklich den Tipp dann auch von mir, so ein bisschen Real Talk jetzt, ähm, alles, was Negativität ist, entsorgt es auf den sozialen Medien. Das soll euch Spaß machen. Ihr sollt, ähm, auf den sozialen Medien unterwegs sein und sollt nicht die ganze Zeit euch, äh, eure Sachen runtergezogen bekommen, ne, also, es gibt immer mal wieder Leute, die schreiben was, was ich mag und sie finden's doof. Das ist okay für mich, ja, da kann man sich mit auseinandersetzen, man kann drüber quatschen, kann sich austauschen, das ist alles cool. Aber es gibt ja durchaus, Leute in den sozialen Medien, die finden alles Kacke. Die finden jede Figur Kacke, die finden jeden Film Kacke, die finden jede Serie Kacke, ähm, einfach direkt raus. Wenn ihr Gruppen habt, schmeißt sie direkt raus. Habt ihr Freundeslisten, schmeißt sie direkt raus, ähm, weil das saugt euch wirklich, das sind, ähm, ich bin zwar kein Esoteriker, aber das saugt euch Energie ab. Ihr sollt Spaß an dem ganzen Ding haben und, ähm, das versuch ich auch, das klappt nicht immer und manchmal gehör ich bestimmt auch zu der Gruppe, die negativer ist, als er eigentlich sein will. Das ist jeder von uns mal, dem macht man sich schuldig. Aber ich achte doch schon sehr darauf, dass ich primär im Positiven bleib und dass ich den Spaß an meinem Hobby net verliere. Ähm, ja, Ja, also Game of Thrones, äh, Prequel-Serie. Was ich hier tatsächlich ganz spannend finde, ist, ähm, wir befinden uns ja so, wie das jetzt bekannt gegeben wurde, wirklich hunderte, wenn, wenn ich mich nicht täusche, sogar tausende Jahre vor der Haupt-Game of Thrones-Serie. Und, ähm, befinden uns in dem Sinne dann eigentlich auch, ähm, vor der ganzen Geschichte, die wir so ein Stück weit schon aus Game of Thrones kennen. Das heißt, ähm, Valeria ist noch nicht diese Übermacht mit ihren Drachen, ähm, wie sie später mal sein soll. Ähm, wir werden tatsächlich die White Walker, die Entstehung wirklich sehen und auch beleuchten in allen Facetten, ähm, und werden sehen, äh, wie es da ein Stück weit dazu gekommen ist. Wir werden, äh, tatsächlich auch, ähm, sehr viel von diesen, ich glaube, bei uns heißen die Kinder des Waldes, kann das sein im Deutschen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber, ähm, die werden einen großen Part spielen und was tatsächlich, ähm, am Ende bei der Ankündigung von der Prequel-Serie hier noch stand, was ich total spannend, äh, finde, ist, dass, ähm, HBO dann geschrieben hat und es ist nicht die Geschichte, die wir dachten zu kennen. Also, dementsprechend bin ich ganz gespannt, was die Entstehung der White Walker angeht. Wir werden ja dann auch sehen, wie zum ersten Mal in der langen Nacht die White Walker vertrieben wurden oder ein Stück weit, äh, zurückgeworfen wurden, besiegt wurden, ähm, und, äh, dementsprechend, ähm, wird das da schlachtmäßig auch schon wieder ganz geil und da bin ich echt gespannt, was sie da machen. Ähm, ist natürlich, ne, neue Charaktere, ich bin auch total gespannt, ähm, wie sie die Welt dann ein Stück weit aufbauen, ähm, weil eins ist auch klar, tausende Jahre davor, ähm, gefühlt sind das ja Höhlenmenschen, also, haben die, keine Ahnung, sind sie mit der Keule und mit dem Fell durch die, durch die Wälder gerannt. Ähm, also, ich bin, ich bin absolut gespannt, ne, in, in, in welche Richtung, äh, das gehen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie natürlich, äh, ich nenne es jetzt mal rein vom Fortschritt genauso sein werden, wie, wie jetzt in, in der Game of Thrones Serie, was vielleicht ein bisschen unlogisch ist, aber hey, es ist eine Fantasywelt. Ähm, bin aber total gespannt. Ich werde natürlich ein bisschen meine Drachen und so vermissen, aber diese ganze Mythologie, die ja tatsächlich in, in Game of Thrones schon so ein bisschen abgeklungen ist mit Kinder des Waldes und dieses ganze Magie, et cetera, das ist ja schon in, in der Serie, die wir gesehen haben, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gewesen. Das sehen wir da ja noch in voller Pracht. Und da bin ich echt gespannt, ähm, das wird viel so, zu, zum Lore und zu der Welt beitragen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, um da leider noch mal in die Negativität zurückzugehen. Denn, ich kann mir gut vorstellen, dass das wieder auch was sein wird. Die Serie wird sich nicht anfühlen wie hundertprozentig Game of Thrones und ich denke, das ist gut so, denn das ist nicht mehr das Game of Thrones, das wir kennen. Und ich glaube, dass das genau das sein wird, was wieder diese ganzen Crybabys aus den Ecken holen wird und hey, das ist aber nicht mehr mein Game of Thrones und hau ab, man. Ähm, aber genau die werden wieder auf den Plan treten und ich hoffe, ähm, dass diese Negativität, ähm, diese Serie nicht zu sehr runterziehen wird. Da, äh, bin ich, äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, am Ende wird es so sein, Qualität wird sich immer durchsetzen und wenn die Serie Qualität ist, können die so laut heulen, wie sie wollen. Äh, 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 dann definitiv sein. Ähm, ja, wir kommen tatsächlich jetzt, äh, zu, äh, der nächsten Geschichte, die ich persönlich, äh, ja, sensationell geil finde, denn der ein oder andere von euch weiß es natürlich, ich bin ein riesen, riesen großer, ähm, Figurenfan, also 1 zu 6 Figurenfan, ähm, und dementsprechend hat Hot Toys vor nicht allzu lange Zeit, ähm, ähm, ja, den Darth Maul, ähm, DX angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, DX 16 ist ohne Speeder, DX 17 ist mit Speeder, so ein, ähm, ja, großes Pack, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Special Pack, warum sie dann zwei DX Bezeichnungen dafür verballern, frage ich mich auch, aber das wird, ähm, tatsächlich der nächste Punkt sein, über den wir quatschen, ähm, wie ihr hier sehen könnt, ähm, ich hab jetzt mal ein paar Bilder, die wir so ein bisschen zusammen durchgehen werden in Sachen, äh, Darth Maul, ähm, bin ich hin und weg, was die Figur angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, hier haben wir auch wieder das, leider Gottes passend zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, echt viel Negativität, ähm, da muss man aber dazu sagen, das ist in der Figuren-Community schon fast normal geworden, die, die die Vorgänger-Version, äh, haben, sich entweder die neue nicht leisten können, oder sich darüber ärgern, dass sie die Vorgänger-Version erst vor kurzem gekauft haben, und jetzt kommt schon wieder eine neue und sie müssten die alte verkaufen, die werden dieses Ding wie immer in Grund und Boden haten, das ist fast immer so, das ist Gesetz, egal wie gut das Ding aussieht, ähm, das nervt Hardcore, das versuche ich in meinen Gruppen zu unterbinden und das schaffe ich ganz gut, dadurch stehe ich oftmals wie ein Diktator da, aber das ist mir scheißegal, ich möchte diese, äh, Negativität in einem Figuren-Sammel-Hobby nicht, wo man sich über irgendwelche Sachen auch mal einfach mal wieder freuen kann, ähm, und, äh, und dementsprechend, ähm, ja, ist es tatsächlich bei der Figur auch wieder so gewesen, dass geheult wurde und der Head Skype hier und der Head Skype da und hier ist das und das, wir werden noch mal drüber quatschen, ähm, im Detail jetzt, was ich finde. Leide Gottes, starten wir jetzt mit dem beschissensten Bild von allen, denn bei diesem Bild finde ich tatsächlich, dass der Head ein bisschen zu groß aussieht, und dementsprechend, äh, werden wir den gleich mal, äh, ja, woanders hinbringen und wie ihr hier jetzt schon sehen könnt, im Gegensatz, äh, zu dem Bild davor, gibt es hier tatsächlich, ähm, ja, zwei verschiedene Heads und, äh, dadurch, dass es eine DX-Version ist, ähm, haben diese Heads auch das sogenannte Purse-System, das heißt, ähm, ich glaube, komplett ausgesprochen ist es Personal Eyeball Rolling System, ähm, wird es genannt, das heißt, ihr könnt die Augenstellung, ähm, des Heads kontrollieren und könnt die Augen in die Richtung schauen lassen, wo ihr wollt, und das gibt dem ganzen natürlich ein Stück weit mehr Dynamik, Persönlichkeit und, ähm, ja, ist einfach eine, eine richtig geile Geschichte, wie ich finde. Ähm, ja, sieht hier schon ganz geil aus, ich finde den Head tatsächlich auch ganz cool, den Angry Head, hier muss man natürlich sagen, diese Art und Weise mit aufgerissenem Mund, äh, gab es ihn nicht, ähm, im Film zu sehen, in Episode 1, Allerdings, wenn man den Kanon verfolgt, in diversen Comics, etc., ähm, doch schon auch, also von daher finde ich den jetzt nicht so viel am Platz, äh, natürlich kann ich das Argument verstehen von den Sammlern, die sagen, warum haben wir denn kein Darth Maul mit, äh, ja, so gefletschten Szenen, weil das gab es ja auch in Episode 1, ja, kann ich verstehen, finde ich jetzt hier aber tatsächlich überhaupt nicht schlimm, denn der Head sieht auch absolut bad ass aus, meiner Meinung nach. Ähm, wir gehen mal weiter, äh, zu dem, zu dem nächsten Bild, hier können wir natürlich ganz gut sehen, dass, äh, der Kollege natürlich auch, äh, dementsprechend, äh, beweglich ist, ähm, erinnert natürlich, ähm, sehr stark an die Szene, wo er Obi-Wan ins Gesicht tritt, äh, also auch hier ein sehr cooles Ding, wir gehen gleich mal, ähm, weiter zur nächsten, äh, zum nächsten Bild, ähm, ja, auch hier wieder, hier sieht man dann tatsächlich den Head auch noch ein Stückchen besser, er sieht einfach unfassbar fett aus, unfassbar fett, und man muss hier auch sagen, also erstmal, zur Bewertung wegen der Figur, ich besitze alle Vorgänge 1 zu 6, Gail Darsmall, den Sideshow 1.0, den Sideshow 2.0 und den Medicum. Der Sideshow 1.0 ist der größte Dreck, den es gibt. Für die Zeit, wo die Figur rauskam, auch nicht mal gut, sondern passabel für in der Zeit, ähm, das, der, danach wurde der Medicum released, für die Zeit, wo er rauskam, sensationell, brutal geil, Hetzkalt für die Zeit mega, ähm, mit, ähm, würde ich sagen, ähm, geiler Robe, die mit dabei ist, sehr cool. Medicum hat stets das Problem gehabt, dass die ein bisschen underscale sind, das heißt, ähm, nicht 100% ähm, 1 zu 6, sondern ein bisschen kleiner, ähm, bei dem Head von dem Medicum, musste man immer sagen, der sah mega aus, aber der war immer so ein bisschen, ja, ich würde sagen, comicky, ja, dann kam irgendwann, und das ist gar nicht so lange her, ähm, kam der, ähm, Darsmall von Sideshow, der 2.0 heraus, ähm, und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan seit langem mehr, was, ähm, Sideshow macht in Sachen 1-6-Scale, weil teilweise die Qualität richtig bad war, aber den haben sie halt fucking genailed, also der Hetzkalt von dem sieht mega, ähm, Ray Park aus, ist absolut richtig cool geworden, und, ähm, ist wirklich für das, was sie rausgebracht haben, cool. Die Frechheit war halt damals, sie haben ihn ohne Robe rausgebracht und haben ihn Naboo, Dual Fight Version, oder keine Ahnung, wie sie ihn genannt haben, ähm, drunter geschrieben, damit sie rechtfertigen konnten, oh, okay, da ist kein Robe dabei, aber, ähm, wir verlangen halt trotzdem Unsummen, nämlich 250 Euro oder sowas, hat er damals gekostet. Jetzt kommt der hier raus, und das ist einfach trotzdem ein anderes Level. Der Hetzkalt, finde ich hier, ist auch hundertprozentig Ray Park. Das Tailoring wird wieder unfassbar sein, ich finde, er sieht hier ein bisschen bulkier aus, also ein bisschen kräftiger, was er tatsächlich im Film auch ist. Ich finde, äh, der Stoff sieht akkurater aus und ist einfach das Hot Toys Tailoring, und dazu das Eyeball Rolling System, wo du die Augen positionieren kannst, magnetische Kopf, ähm, also, was willst du noch mehr? Und dazu kommt dann auch noch im DX Set der Speeder. Äh, lass uns mal weitergehen, was die, ähm, was die Figuren angeht, was die Bilder angeht, denn da sind echt noch ein paar mit dabei. Ich denke, bei diesem Bild könnt ihr ganz gut sehen, was viele Leute aufregt. Ich, in der Vitrine wird das wieder keiner sehen, in Close-Up Fotos siehst du das. Bei den Tattoos, bei den Details, bei Darth Small, sind bei den schwarzen, ähm, Abzeichnungen Rillen nebendran. Also, das ist nicht aufgemalt, sondern es sieht tatsächlich, wie als wäre das reingeritzt aus. Warum sie das gemacht haben, ob das dazu dient, die Tattoos besser zu betonen, weil dadurch, finde ich, sehen sie besser betont aus. Habe ich keine Ahnung. Das ist aber eine Sache, die siehst du einfach nicht, wenn der in der Vitrine steht. Du siehst es einfach nicht. Ja? Wenn du ein Close-Up-Foto machst, ja, dann kommt das schon mal raus, aber auch das ist so ein, so ein, so ein Kinkerlitzchen, das ist null, was mich stört. Und ihr redet hier mit dem Hardcore-Da-Small-Fan. Und alle, die mich kennen und in Podcasts verfolgen, die wissen, ich bin kein Fanboy. Ganz im Gegenteil, wenn ich was liebe und die machen Kacke, dann zerfetze ich das auch, weil ich das eben liebe. Und dann sage ich das auch so. Aber ich weiß nicht, außer Spaß und Freude, dass Hot Toys sich in ihrer DX-Reihe dem Da-Small annimmt. Was soll ich da noch mehr empfinden? Ich kann mich jetzt hinsetzen, kann sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, weil ich hab ja schon drei Da-Small daheim. Nee, mach ich nicht, weil das Ding ist geil. So, und das ist aber bei vielen nicht so. Ich weiß, bei vielen spielt da auch der Geldgedanke mit rein. Die sind natürlich ein bisschen gefrustet, weil der eine oder andere sich das nicht leisten kann und was weiß ich. Ein Stück weit kann ich es ja auch verstehen. Ja, ich kann es wirklich verstehen, wo der Frust dann manchmal daherkommt und wie das passiert, aber es tut mir leid, ihr versaut damit echt viel den Spaß und das ist viel Negativität und das nervt schon. Jetzt gehen wir mal ein Bild weiter und das ist so eins der Bilder, ey, das sieht aus wie aus einem Film, Mann. Das sieht aus wie aus einem Film. Gebt euch diese Maschine. Gebt euch diesen Hetzkopf. Der sieht aus, als hättest du ihm das Pausenbrot geklaut und der ist so hardcore angepisst, dass er dir dieses rote Stöckchen quer durch die Gedärme treibt. Der sieht so fucking pisst aus. Dazu die Augen. Ey, das ist eine Traumfigur. Das ist ein absolutes fucking, wirklich, Prachtstück. Wirklich, absolut mega. Natürlich schwingt bei mir der Darth Maul Fan mit. Darum wiegt das, wenn die Figur geil ist, für mich doppelt. Aber würde mich die null interessieren, wie viele andere Figuren, die ihr sicherlich auch in den Figur Talks hört, wenn die geil ist, dann ist die geil und dann sage ich das, egal ob das mein, wie die Amis sagen, Cup of Tea ist, also mein Ding ist. Das ist halt nun mal mein Ding und dazu ist es noch absolut brachial. Und ich muss einfach auch einen Liebesbrief an Hot Toys los schicken, weil eine oder zwei meiner absoluten Traumfiguren haben sie traumhaft rausgebracht. Also ich wollte schon immer in Anakin Darkseid, sie haben ihn rausgebracht, was ein Brecher. Ich wollte schon immer einen richtig krassen Darth Maul und habe immer gedacht, oh Hot Toys, Darth Maul werden die niemals machen. So in die Richtung Prequels, da hat sich auch nicht viel angebahnt. Nee, machen sie nicht. Die machen gleich einen fucking DX draus. Mit Speeder. Hör auf. Ich bin echt so ein geiles Teil. Das wird echt so ein Schmuckstück meiner Sammlung und ich habe schon einige Dinger drin, die man als Schmuckstück bezeichnen könnte. Und jetzt kommen wir auch tatsächlich so, würde ich sagen, zu einem mit der Money Shots, bitte guckt euch das an. Guckt euch die... Ey, wie kannst du dich da hinstellen und kannst sagen, der sieht komisch aus. Guckt dir das an, Mann. Das ist unfassbar. Guckt dir diesen Head an, guckt dir diesen Blick an, guckt dir das Outfit an, wie das liegt. Das ist... Ey, ehrlich, das ist der Hammer. Und wie gesagt, die Sideshow 2.0 Version ist fucking badass. Das muss man schon sagen. Die ist schon richtig cool. Aber hier haben wir halt wieder dieses typische Hot Toys. Wir kommen später noch dazu. Bei der Sideshow-Variante hast du so ein Gummistiefel-Ding. Hier ist es natürlich schon ein bisschen hochwertiger und sieht schon viel besser aus. Die Sideshow-Roben-Variante ist auch mit Drähten, sieht auch ganz cool aus. Hier siehst du auf dem Foto schon, dass das ein ganz anderes Level wie der ist, wenn Hot Toys diese Scheiße macht. Ehrlich. Grandios. Wir gehen weiter zum nächsten Bild, was so ein bisschen dynamischer ist, was ich wie... was wie ich finde auch sehr geil ist. Da müsst ihr euch vorstellen, da habt ihr noch einen Obi-Wan und einen Qui-Gon. Der eine schlägt oben dagegen, der andere unten. Alter Vater. Wisst ihr eigentlich, was der... was der... der Post-God of Germany, aka Bombo, mit dieser Figur machen wird. Hör auf! Hör auf! Es wird so gut. Das wird die sensationellste Overview ever. Ich freue mich so mega drauf. Übrigens, Nick's Overview steht auch in den Startlöchern. Seid gespannt. Dann kommen wir noch mal weiter. Auch ein richtig geiles Bild. Gebt euch mal bitte das, wie nice das aussieht, wie ihr gerade das Lichtschwert spinnt. Und ey, der Head auch hier, dieser Angry Head, er ist einfach geil. Er ist einfach mega. Und ich muss tatsächlich sagen, als dann rauskam, was natürlich relativ logisch ist, dass der magnetisch ist, habe ich erst ein bisschen gedacht, oh shit, nein. Weil ich wollte natürlich auf meinen Sideshow da small, wollte ich natürlich den Angry Head draufpacken, dass ich beide displayen kann. Ah, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, welcher von beiden. Und das wird definitiv keine einfache Geschichte, weil das sind schon echt geile. So, wir kommen jetzt mal zu dem, was eigentlich in dem DX-Pack drin ist. Kann euch aber gleich sagen, ich finde, das Bild ist eine absolute Vollkatastrophe. Dann finde ich noch, jeder, der die Figur in den Speeder setzt, der hat sowieso einen absoluten Schuss weg. Weil ich finde, er fliegt den Speeder ja auch ins Star Wars, aber ich finde, es sieht einfach doof aus, so eine geile Figur in so einem Speeder zu vergammeln. Ich werde mit dem Speeder was machen, posentechnisch. Ähm, ich werde noch nicht verraten, was. Ähm, das wird sicherlich sehr geil, da freue ich mich sehr drauf. Ihr seht, es ist übrigens auch noch so ein Probe-Droid dabei. Also eine ganz, ganz geile Geschichte. Ähm, das ist allerdings das große DX-Set. Ähm, bei dem Kleinen ist, ähm, nur der Probe-Droid dabei und das Maul, oder nicht mal der Probe-Droid, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und es ist auch noch so ein kleines, ähm, ja, möchte gern Hologramm dabei von das Maul, wie er mit verschränkten Namen da steht. Also, ähm, wie ich finde, ganz cool. Ich trinke mal kurz einen Schluck, weil, äh, mein Mund ist ausgetrocknet wie Sau. Ah, Pepsi Max ist da. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum, äh, zum nächsten Bild, wo ich sagen muss, das sieht schon ein bisschen besser aus auf dem Speeder, finde ich, ist aber immer noch so ein Ding, wo ich sage, ey, pack den nicht auf dem Speeder. Also, das sieht natürlich, äh, schon cool aus. Hier, ehrlich, wenn ich das Foto sehe und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, einigen von euch geht das genauso, ihr hört doch jetzt diesen Probe-Droiden, wie er sagt, goink, goink, I'm too leave. Und dann rast er mit dem Speeder da runter. Ich weiß nicht, wie oft ich, ähm, Episode 1 als Kitty gesehen habe und heute auch noch, einfach nur wegen Darth Maul und wegen dieser geilen Action, ähm, dass mir das einfach sofort in den Gehörgang geschossen ist. Und jetzt guckt euch hier das mal an, was ich gesagt habe, übrigens auch, mit den Stiefeln. Das ist einfach ganz andere Shit. Guckt euch das an, ja, mit diesen Schnallen und was weiß ich. Das ist einfach nur stupides Hartgummi bei Sideshow. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sieht man hier schon, das Qualitätslevel ist da ein anderes, ist da ein absolutes anderes. Es wird natürlich auch jetzt schon wieder sehr viel geheult wegen der Robe, ne, weil die Robe natürlich, ähm, nicht so fällt und ach, warum? Erstmal muss man natürlich sagen, schaltet euer Brain mal ein. Wie soll ein so dünner Stoff ohne irgendwelchen, ohne merkliches Gewicht so fallen wie dicker, schwerer Stoff in 1 zu 1? Das geht schon gar nicht. Das schafft eigentlich so gut wie kein gescheiter Stoff. Ganz besonders nicht, wenn das so ein Stoff ist, wie es hier bei der Robe sein soll. Bei einem Batman Cape oder so ist es wieder was anderes. Das kannst du natürlich schon einen Stoff nehmen, der ein bisschen schwerer ist und der natürlich, ähm, dementsprechend fällt. Aber hier, das ist was ganz Besonderes, denn, ähm, dieser Stoff soll ja sogar, ähm, ursprünglich oder ist ursprünglich sogar fast ein Stück weit durchsichtig, also das Geriffelte, was ihr da seht. Es gibt einen Trick. Ich werde das dann für den einen oder anderen nochmal zeigen, wenn ich die Figur hab, wie man Roben und sowas so hinkriegt, dass sie gescheit fallen. Und zwar, ich haus jetzt hier einfach mal kurz raus, ich wollte den Trick eigentlich in einem anderen Video nochmal verraten. Ihr macht das mit Angelgewichten. Die Angler unter euch, die werden wissen, was ich meine. Das sind Kügelchen, wo man normalerweise die Schnur rein, ähm, ja reinzwängt und drückt dann das Gewicht zu. Ähm, da gibt's größere, kleinere. Diese Gewichte, ganz kleine, die macht ihr innen an den Umhang, drückt die zu und die geben so ein Gewicht, dass die den Umhang nach unten ziehen beziehungsweise die Robe. Und schon sieht das ganze Ding so aus, wie es soll. Also einfach, da muss man einfach auch ein bisschen erfinderisch sein. Man kann solche Figuren aussehen lassen, als wären das Figuren aus dem Yps-Heftchen und wenn man einfach ein bisschen kreativ ist und auch gut posen und was weiß ich kann, dann kann man die Figuren so aussehen lassen, äh, was sie eigentlich auch sind, nämlich absolute, sensationelle Kunststücke. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum nächsten und da haben wir hier nochmal das, wie er unterwegs ist. Da sieht man das noch ein bisschen besser, so ein bisschen in Szene, in Szene gesetzt. Ja, sieht natürlich schon badass aus, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Auch das nächste, wo man es dann so von der Seite sieht, aber wie gesagt, wäre mir auch zu schade, den irgendwie hinzustellen. Haut mal in die Kommentare, wie ihr den denn hinstellen würdet. Das würde mich tatsächlich, ähm, sehr interessieren, aber auf dem Speeder niemals. Also auf dem Speeder würde ich niemals packen. Jetzt kommen wir tatsächlich noch zu so einer richtig geilen Pose, ähm, in diesen Preview-Bildern und da haben wir hier ihn nochmal, wie er so mehr oder weniger ausholt. das sieht auch so geil aus und diese beiden Lichtschwert-Effekte, die werden auch wieder dabei sein, also diese fächerartigen, wo es einfach so aussieht, als wäre es dynamisch. Ich war bei den ersten Figuren auf den Promo-Bildern damals nicht begeistert davon. Wenn man die ersten Figuren hat, die das haben, kann man da doch schon, gerade was Dynamik angeht, so einen kleinen Effekt rausholen, dass es doch schon echt anständig aussieht. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das sieht teilweise dann schon echt, äh, ja, äh, wie gesagt, relativ, äh, dynamisch aus und, ähm, ja, hat natürlich nicht den 1-zu-1-Effekt, den man sich wünscht, also es wirklich 1-zu-1 aussieht wie ein Lichtschwert, das jetzt, ähm, gedreht wird oder sonst irgendwie, aber so ein Stück weit, ähm, halbwegs den Effekt erzeugt schon. Jetzt haben wir für mich mit 1 und dann machen wir auch das letzte Bild, ich hab eigentlich noch viel mehr, aber ihr könnt euch das natürlich alles auf der Facebook-Seite von Hot Toys nochmal angucken, für die, die die Bilder nicht gesehen haben. Jetzt haben wir für mich mit 1 der geilsten Bilder, ganz simpel, aber, mein Gott, gebt euch die Figur, echt, ich bin, ich bin hin und weg, ich bin momentan auch in, in so einer Phase schon vor der Figur, ich bin grad in einer, ich lieb mein, äh, Hobby-Abgöttisch-Phase wieder, ich hab's nie, nicht mehr geliebt, aber grad bin ich wieder so richtig passioniert, ich hab in der letzten Zeit unfassbar viele Figuren wieder reingekriegt, also ich hab grad, ähm, diese Woche 5 Stück ausgepackt ist, echt, äh, ich muss jetzt wieder mal ein bisschen langsam machen, ich muss nämlich schon wieder eine neue Vitrine morgen holen, aber ich bin, äh, grad eben ist das Feuer wieder echt mega entfacht, weil es auch momentan echt wieder sensationell geile Figuren gibt. ja, ähm, ähm, jetzt hab ich euch so ein bisschen was gezeigt, was die Figur angeht und ich hab vielleicht dem einen oder anderen, ähm, doch schon so ein bisschen mehr, ja, vielleicht Appetit geweckt, äh, was die Figur angeht, ähm, und bin mal gespannt, wer von euch sich die Figur besorgen wird. Ähm, ich schau mal, was ihr jetzt noch so geschrieben habt, neben, dass wir da nochmal drauf eingehen, ähm, also der Okan hat geschrieben, Game of Thrones Season 8 hat mir halt leider echt mehr wehgetan als The Last Jedi, ja gut, ne, dem einen mehr, dem anderen weniger ist ja okay. Welcher Kanal war das denn? Ach, das kann ich dir nicht sagen, weil ich hab ihn abonniert und immer bevor ich, ähm, den neuen Teil angefangen hab, kam, watch before you watch the new, ähm, äh, Episode of, äh, Game of Thrones. Also, ne, ich kann's hier nicht mehr genau sagen, müsste ich nochmal recherchieren. Ähm, dann, der Ghost hat geschrieben, hab Game of Thrones nicht gesehen, schade, kann dir wirklich nur empfehlen, ähm, wenn nicht die beste Serie, die jemals gedreht wurde, mit dem größten Aufwand überhaupt, ähm, und ich beneide dich tatsächlich, dass du dir an einem Stück jetzt schauen kannst. Wenn du mal Zeit hast, wag dich mal dran, Ghost, und schreib mal, wie du's fandst, weil ich glaub, es wird dir echt Spaß machen. Ähm, der David schreibt, ähm, ich habe, übrigens immer, wenn ich David hör, äh, überhaupt nicht böse gemeint, David, ich, ne, hoffe, du weißt, wie ich das mein, ich hör immer diesen Typ aus Independence Day. David, David, sein Chef, ich, jedes Mal hör ich den, weil ich Independence Day auch 3000 Mal geguckt hab, und jedes Mal muss ich lachen, wenn der durch das, äh, Fernsehstudio läuft, ruft den David. Also David schreibt, ähm, ich habe Game of Thrones seit Season 1 geschaut, aber vom Großteil von Staffel 8 war ich wirklich enttäuscht. Und ich habe den, äh, Social Media Shitstorm gemieden. Das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung. Ja, hast du auch recht, ne? Also, ähm, wenn du was nicht magst, wie gesagt, absolut cool, mein Bester. Ähm, ne, soll dir gar keinen Strick draus ziehen. Du warst aber auch nie jemand, ich habe dich ja in Facebook, der irgendwie jetzt überall in 500 verschiedenen Gruppen und in 500 verschiedenen Beiträgen und, äh, Titelbild ändern und, ähm, ja, einfach überall den Hate verbreiten. Da warst du ja nie irgendwie mit dabei. Also, ne, da gibt's schon einen Unterschied. Man darf schon Sachen nicht mögen. Das muss ganz klar sein, glaub ich. Ähm, dann sagt er noch, ich stimme dir zu, dass Negativität das Hobby kaputt macht. Das ging mir bei The Last Jedi so. Fast hätte mir das Gehater die Liebe zu Star Wars kaputt gemacht. Auch die, ähm, auch diverse Gruppen verlassen. Kann ich absolut verstehen. Und das wird auch immer etwas sein, ähm, wo ich absolut dagegen sein werd. Also, es gab mal eine Zeit lang, da wurde bei mir in der Figurengruppe so drüber gehatet, wenn der nächste, ähm, Iron Man kommt. Äh, und schon wieder Iron Man. Haltet einfach die Backen, klickt weiter und lasst die Leute, die Spaß dran haben, ähm, sich drüber freuen über einen Iron Man. Ich, mir haben sie auch nicht immer gefallen. Alles ist gut. Ist was anderes. Man darf natürlich was sagen, wenn eine Figur mal scheiße geworden ist oder so. Beispiel jetzt, ne, Spider-Man heute. Dann darf man auch mal was sagen. Aber ansonsten über alles haten, nur weil man das nicht mag. Es gibt Leute, die mögen's und dann einfach mal Backe halten und, ne, ein Stück weit weiter klicken. Und dasselbe ist mit The Last Jedi. Ich bin, äh, ich werde sowas nie in meinen Gruppen akzeptieren. Ich werde sowas auch, ich werde mich nie daran beteiligen. Ich hab The Last Jedi auch nicht mega gefeiert. Diesen, dieses ganze Gehate und so, das war mir einfach zu übertrieben, was da rein interpretiert wurde und so. Also, wie gesagt, das sind aber auch Leute, ähm, die haben nichts anderes zu tun. Die möchten das einfach. Negativität ist für deren Hobby. Meins nicht. Ich mag gerne die Sachen, die ich betreibe. Und wenn sie da mal nicht cool sind, dann kann man drüber reden. Aber, ähm, sich dann in, sag ich mal, Negativität zu suhlen, ist dann vielleicht auch nicht so cool. Carla schreibt, äh, Hi, bin spät dran. Hey, überhaupt kein Problem. Schön, dass du da bist, wenn du noch da bist. Ähm, der David schreibt, wow, das ist ja echt mal ein Schmuckstück. Ja, brillant, das Teil. Ähm, der Ghost schreibt, ähm, Darth Maul, brutale Figur. Ja, absolut Killer. Äh, David sagt, sag mal, Bombo, wo du doch ein großer Maul-Fan bist, da müsstest du doch eine Fortsetzung von Solo, äh, befürworten. Mit Maul und Kira versus Solo vielleicht. Ähm, ja, ich bin ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen kann bekanntlich, aber der eine oder andere weiß es, ich fand Solo echt cool. Wirklich, ich nehme bei Solo eine Sache raus und das ist, oh, sie sind allein hier. Ha, wie nennen wir sie denn? Solo. Oh mein Gott, das ist einfach so hirnverbrannt. Ich könnte jetzt, wenn ich es ausspreche, könnte ich mich sofort ins Mikrofon übergeben. Wie dumm das war, was die gemacht haben. Das war das Einzige und das hat mir aber den Film nicht versaut. Der Rest war echt geil. Die Action war cool. Ey, und als Darth Maul am Ende kam, ich bin so ausgetickt. Ich hab damit niemals gerechnet. Ich werd nie vergessen, der Okan hat mir geschrieben, der hier jetzt auch mit zuguckt. Hast du den Film geguckt schon? Ich sag, nee, ich geh dann, dann rein. Hast du ihn jetzt geguckt? Nee, ich hab's nicht geschafft. Guck den Film, weil er ja wusste, dass ich da ausdick. Ey, am Ende, ich hab wie ein Psychopath, nur nach links und rechts. Ey, seht ihr dasselbe wie ich? Weil ich es einfach so geil fand. Leider Gottes hab ich bei sowas aber ganz oft das Glück, wenn ich wirklich Filme oder Charaktere sehr geil finde, dann sterben die relativ früh oder die Filme kommen so schlecht an, dass es niemals eine Fortsetzung gibt. Beispiel ist halt Darth Maul, stirbt auch sofort in Episode 1, kommt jetzt in Solo, Solo kommt scheiße an, darum gibt's wahrscheinlich keine Fortsetzung. Ich könnt heulen. Es wär die Möglichkeit gewesen, ihn wieder ins Filmuniversum zu holen. Ich find's sau bitter. Ja, obwohl ich ja nach wie vor und bekanntlicherweise sowieso auch der Meinung bin, man hätte ihn nie zurückholen sollen, jetzt wo er aber im Kanon zurück ist, hätte man ihn so nochmal implementieren können. Da find ich's schon, ich find's schon sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das hab ich bei so vielen, ich liebe das DC-Universe, was sie angefangen haben, außer Justice League, Man of Steel, Batman vs. Superman, ja, so geil gemacht. Sie haben's eingestampft, es kam nicht so an, wie gesagt, Social Media wieder drauf rumgestampft. Teilweise ja wirklich auch, es hat ja auch Probleme, alles okay, aber das wurde auch wieder so übertrieben. Und da hab ich tatsächlich echt oft Pech, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Hinsicht. Oder Tron, ich fand, Disney hat ja eine Tron-Fortsetzung gemacht. Ey, ich liebe den Film. Ich hab den gerade jetzt wieder auf Netflix geschaut, weil er jetzt auf Netflix, ja, zu schauen ist. Ah, so ein geiler Film. Kam auch 0,0 an. Find ich einfach, find ich bitter. Ja, also es gibt so viele Fantasy-Filme, die die letzten Jahre, die einfach mal kreativer sind, die Spaß machen, die aber 0,0 ankommen, so wie Valerian oder sowas. Kein super Film, ja, aber das ist so, ist einfach mal eine coole Fantasy, äh, Sci-Fi-Kost, sowas, was Spaß macht, aber solche Sachen werden, leider Gottes, relativ schnell eingestampft. Wobei Valerian ist jetzt nicht zu vergleichen mit Solo oder My Man of Steel oder so, aber es ist schon sehr schade. Ganz besonders Solo für alle Star Wars Fans, wenn man diese Scheiße mit der Namensgebung rauslässt, ist das schon ein total unterhaltsamer Film. Also, der macht schon echt Bock. Und dann bitte auch geile Anlage, geiler Fernseh, 4K, HDR, das ist schon ein Schmuckstück, der Film auch. Ähm, Lecki schreibt, ich würde da Small auf dem Speeder im Handstand, äh, das Lichtschwert, mit den Füßen jonglierend poken. Ja, der, 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 Okan schreibt dann, ist da ein Zirkusmodel, ja. Ähm, du bist aber in Richtung von meiner Pose, so viel verrate ich schon mal. Ähm, ja, der Schlimsel schreibt dann, äh, das Ergebnis von Game of Thrones war völlig okay, aber der Weg dorthin war zu gerusht. Unterschreibe ich dir sofort mein Bester. Finde ich auch. Ähm, ging zu schnell und ist eigentlich auch echt bitter, dass sie überhaupt nur so wenig Folgen gemacht haben. ne, aber da war ja viel im Hintergrund, warum es so wenige waren und, ähm, ist schade, weil ich denke, wenn man, wenn man die Staffel auf zehn Folgen ausgeweitet hätte oder vielleicht sogar zwölf, ähm, dann wäre das ganz anders rübergekommen und einfach, ja, wie gesagt, nicht so gerusht. Aber ich kann auch jedem empfehlen, ähm, wenn man ein besseres Gefühl haben möchte zu Staffel acht und ihr mal Zeit, Urlaub habt oder so, versucht diese Staffel mal an zwei Tagen oder wenn ihr es mega krank unterwegs seid, an einem Tag euch durchzuballern, das ist schon, schon anders dann. Also, dann hat man doch schon viel mehr das Gefühl, ähm, was man da eigentlich jetzt, ähm, gerade gesehen hat. Wir kommen jetzt, ähm, dann tatsächlich auch, ähm, zu dem letzten Punkt. Äh, Schlimsel schreibt, bin eine Sie. Oh, tut mir total leid, das wusste ich nicht. Ähm, ja, kommen wir dann zum nächsten Punkt und zwar, ähm, die San Diego Comic Con. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ich hab tatsächlich im Jahr, ist ja nicht immer, ähm, es gibt, es gibt drei bis vier Daten, die sind für mich tatsächlich so Feiertagsdaten und das ist nicht mein Geburtstag oder Weihnachten oder sonst irgendwas oder irgendwelche Jubiläen mit der Partnerin oder sonst irgendwie so Geschichten, sondern das ist zum einen E3. E3, absolut geil, ich bin, wirklich, meine, meine andere Leidenschaft ist Gaming, ähm, feier ich mega, war ich dieses Jahr leider sehr enttäuscht, muss ich sagen. E3, weil, ne, neue Game News, etc., ähm, steh ich total drauf. Dann gibt's noch so welche, solche Sachen wie die D23, ähm, von Disney, die hauseigene, ähm, Geschichte. Da ist es dann wirklich so, ähm, da kommen ja auch oftmals hinter, hinter verschlossenen Türen, noch Trailer, da sieht man nicht so viel, aber da bekommt man auch neue News, ähm, Star Wars Celebration ist natürlich auch immer mit dabei und dann natürlich die San Diego Comic Con. Ich muss sagen, am gehyptesten und wirklich im, im krassesten Ausnahmezustand bin ich wahrscheinlich immer bei der San Diego Comic Con, einfach nur aus einem Grund. In der Regel bekommen wir heftige neue Trailer, teilweise geleakt, weil sie in Hall H sind und man die eigentlich ja nicht sehen dürfte, ähm, aber man bekommt sie, so oder so. Manchmal auch einfach für die, äh, Öffentlichkeit released und dann ist es da halt so, meistens, ich glaube, es ist, es fängt so knapp vier bis fünf Tage vorher an, siehst du schon, wie sie die Stände aufbauen, die neuen Hot Toys Figuren. Da sind halt wirklich immer so krasse Dinge dabei, was halt einfach immer so, ich hab da wirklich mega Spaß dran, dass, ganz oft hab ich einen Tag, ähm, ähm, Urlaub oder so, weil die ganze Nacht durch postet irgendjemand in der Gruppe, oh, sie haben grad den aufgestellt. Genauso war es, äh, glaub ich, letztes oder vorletztes Jahr mit, ey, guck mal hier, Darth Maul und ich wurde gefühlt fünfzehnmal markiert und ich denk, was geht denn jetzt ab, guck, haben sie grad einen Darth Maul mit dem Speeder aufgestellt von Hot Toys, ich hab vielleicht fall komplett, und solche Sachen kündigen sie da an. Leider hat sich ein bisschen mit eingespielt, dass nicht alles, was da angekündigt wird, auch immer rauskommt, ähm, war früher nicht so, da war es sehr selten, dass mal was nicht rauskommt, jetzt gibt's doch schon ein paar, die wir länger nicht mehr gesehen haben, die angekündigt wurden, aber ich bin so gespannt, was sie da uns wieder zu bomben und, ähm, was da so kommt. Für die Figuren-Sammler unter euch, schreibt mal in die Kommentare, welche Figuren ihr euch erhofft, wird mich total interessieren, ähm, und ich hau mal raus, welche ich mir erhoffe. Ähm, ich muss sagen, ich hoffe auf ein Arkham Batman, aber aus Arkham Origins, ich liebe den Suit, ich find den absolut mega, ich hoffe auf, äh, auf eine Harley aus den Arkham, aus der Arkham-Spielreihe, ähm, und vielleicht auch einen Commissioner Gordon, ich find einfach die Arkham-Spielreihe, ähm, ist absolut brutal. Ich wünsche mir einen Padawan Obi-Wan, was sicherlich kommen wird, einfach nur, weil Qui-Gon und Darth Maul jetzt auf dem Weg sind, ähm, da hab ich einfach mega Bock drauf. Ähm, ich wünsche mir aus John Wick 2 den Charakter von Ruby Rose, ähm, also von dem Mädel, die da unterwegs ist, die nicht spricht. Ich denke, das könnte tatsächlich, ähm, ganz cool sein, vielleicht machen sie auch einen John Wick, nochmal zu John Wick 3, ähm, fände ich tatsächlich, ähm, auch nicht so schlecht, ähm, und denke, da könnten sie echt auch noch was rausholen. Ansonsten, nach wie vor bleiben meine Wünsche bestehen, denn die sag ich schon seit Jahren, ich möchte bitte, ähm, aus dem Film Aliens, Kolonial Marines 2.0, mein absoluter Wunsch, das wär so mega, ähm, dann auch natürlich den Powerloader, den sie angekündigt haben, et cetera, ähm, unbedingt. Ich möchte ein Big Chap 2.0, also das Alien aus Alien 1 und natürlich ein Dog Alien 2.0, da würde ich komplett ausrasten. Übrigens hab ich in einer Neckar-Gruppe, äh, oh, stimmt, der Okan schreibt kein Arkham Knight Scarecrow, Alter, oh, die wär auch so brutal, ey, die wird so mega aussehen. Ähm, übrigens hab ich in einer Neckar-Gruppe geschrieben, ähm, unter Neckar, die gepostet haben, ey, wenn, warum bringt ihr nicht nochmal das Hot Toys, äh, das Neckar-Dog Alien raus, aber ein bisschen überarbeitet, wenn ihr jetzt dieses, äh, Alien 3 Accessoire Pack rausbringt, mit, ähm, dem Hund und dem Facehacker und so. Und, ähm, dann hat einer drunter geschrieben in der Gruppe, werden sie sehr wahrscheinlich machen. Und dann hab ich geschrieben, oh mein Gott, wenn die jemals einen Alien 3 in 1 zu 4 bringen, wie die anderen Aliens, würde ich komplett ausflicken und dann flippen. Und dann hat Neckar geantwortet, ähm, äh, ja, stay tuned, also, ne, ähm, halte die Ohren auf, äh, News dazu wird demnächst kommen. Ey, ich flipp komplett aus. 1 zu 4. 1 zu 4 fucking Dog Alien. Irre. Aber wir gehen mal 1 zu 6 zurück, weil das ist ja eigentlich, ähm, mein Business. Seit jeher wünsche ich mir, bitte, bitte, ein Batman Begins in 1 zu 4, eine 2.0 Variante. Ich schweb die ganze Zeit so um den Bestellbutton bei Amazing Collectibles, ähm, zu dem Batman Begins. Ah, es ist halt wieder so ein riesen Batzen an Kohle auch, aber ich will unbedingt ein Batman Begins in 1 zu 4, ist der so geil. Und ich hab mich jedes Mal wieder davon abgehalten, in 1 zu 4, in 1 zu 6, könnte ich mich, äh, nicht kontrollieren. Keine Chance. Müsste ich definitiv haben. Äh, Ghost Forever schreibt, Saber Rider Figuren in 1 zu 6 wären geil. Das wäre natürlich mega. Oh mein Gott, meine kleine Schwester nicht, wir haben es so gefeiert. Das sind tatsächlich so richtig, ähm, ich weiß nicht warum. Ich hab eine ganz spezielle Erinnerung, was Saber Rider angeht, ähm, obwohl das ja länger lief. Aber, ich rieche, und ihr kennt das bestimmt alle, meine Eltern haben damals zur Weihnachtszeit im Flur und im Wohnzimmer diese, ähm, ja, diese, diese kleinen Mini-Schornsteine aufgestellt, wo du oben ein bisschen Wasser reinmachst und Duftöl und unten, ne, so eine Kerze reinmachst und dann war das so ein Zimtgeruch und alles war geschmückt und wir haben grundsätzlich immer zu Hause geschmückt wie Amerikaner, also wirklich krass, das ganze Haus, und, ähm, die ganzen Garten mit Rentieren und also wirklich krass, wir waren immer so das Weihnachtshaus in der Umgebung, ähm, und, äh, ich erinnere mich an diesen Duft von, von Zimt und Weihnachten und dann sitze ich mit meiner Schwester zusammen und meine Schwester hat immer so eine verkackte, äh, Schnuffeldecke, sie hat zwar immer Schnuffeldecke gesagt, dabei war das ein Küchenhandtuch, wo sie immer drauf rumgekaut hat, war noch ganz klein, haben wir da gesessen, haben Saber Rider geguckt, Saber Rider und, ähm, die Batman, äh, Animated-Serie, obwohl die durfte sie nicht mitgucken, da musste sie meistens schon ins Bett, aber das, äh, da hab ich Saber Rider mäßig so absolut, ähm, ich lieb die Serie, also wirklich sehr geil und das wär vielleicht auch was, da könnt ich mich nicht zurückhalten, die Jungen unter euch werden's nicht wissen, aber das wär schon, äh, wär schon tatsächlich echt, ähm, sehr geil. So, dann kommen wir nochmal zurück, wenn ich jetzt an Star Wars denke, ähm, dann wird sicherlich vielleicht das ein oder andere, je nachdem, was wir in einem Trailer oder so sehen, zu Episode 9, ähm, nochmal zu sehen sein, geh ich davon aus, Star Wars, ähm, da werden wir definitiv was bekommen, ähm, vielleicht bekommen wir ja das ein oder andere schon in Richtung Wonder Woman Film, obwohl ich's nicht glaube, das ist gleich ja noch Thema, leider Gottes wird DC ja nicht, ähm, an der Comic Con teilnehmen, dementsprechend werden wir wohl auch vielleicht kein Trailer sehen, ich mein, die können auch so einen Trailer, ähm, releasen, ohne Hall-Age, aber, ähm, ist doch schon relativ unwahrscheinlich, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt muss ich grad echt nochmal stark überlegen, was ich sonst noch so, also wie gesagt, Aliens, ähm, die Kolonial-Marines, ähm, da hätt ich einfach mega Bock drauf, ein Kyle Reese von Terminator, sag ich auch schon seit Ewigkeiten, wär absolut, äh, oberheftig, hätt ich mega Bock drauf, ähm, nochmal das Cockpit, ähm, vom Millennium Falcon, ich geh davon aus, irgendwann wird das noch kommen, dass er das definitiv machen, in, in die Richtung, und, ähm, und, ähm, und ansonsten, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe auf so, so krasse IPs, wo wir jetzt nicht mit gerechnet haben, stellt euch vor, wie gesagt, ähm, Hottoys bekommt die Herr-der-Ringe-Lizenz oder so, oh mein Gott, ich muss mein Auto verkaufen, das wäre, das wäre absolut, ähm, absolut irre, also, das wären so Sachen, ähm, da hätte ich tatsächlich echt mega Bock drauf, ansonsten, was Star Wars angeht, äh, sind tatsächlich so die wichtigsten Charaktere, wo ich mega Bock drauf hab, hm, die haben wir eigentlich soweit, ähm, tatsächlich so gekriegt, wie gesagt, sowas wie ein Rehwan oder so, werden sie nicht machen, ähm, erst wenn die Filme dazu eventuell dann auch kommen, aber, ja, wie gesagt, später, äh, fallen mir wahrscheinlich noch mehr ein, aber jetzt so on-air, ähm, nicht so unbedingt. Wir kommen jetzt mal zu den, zu den Filmen, ich guck aber erst noch mal kurz hier rüber, was ihr geschrieben habt, sonst noch so, ähm, der Rorschach, äh, schreibt, fände es geil, wenn der Snyder-Cut von Justice League released wird. tut mir leid, aber da kannst du tatsächlich echt vergebens hoffen, also, das wird nicht passieren, weil Warner Bros. da ganz einfach sich ja selbst ins Knie schießen wird, würde, ähm, sie wollen ja jetzt, äh, mit dem DC-Universe da neue Wege gehen, auch das würde dazu nicht passen, es würde natürlich riesen Wellen schlagen. Dazu muss man dann aber auch sagen, es ist kein Snyder-Cut fertig, auch das wurde mehrfach jetzt überall schon bestätigt. Es gibt natürlich den Snyder-Cut, seine Szenen, die er abgedreht hat, aber da ist das CGI nicht mit eingearbeitet, da ist nicht gut vertont, ähm, also so diese, diese ganzen Sachen, ne, ähm, das wäre noch so viel Arbeit in Post-Production, das wird wahrscheinlich niemals passieren. Ich bin aber auch sehr traurig darüber, weil ich liebe Zack Snyder, und ich glaube, sein, äh, seine Geschichte wäre definitiv, ja, viel, viel besser gewesen, hätten sie ihn mal machen lassen, aber, was willst du machen? Batman haben sie sowas vom verkackten Justice League, ich bin immer noch so verbittert. Ähm, der David schreibt, ähm, und ich möchte endlich eine, ähm, Isla Secura Hot Toys-Figur, ey, ich hab keinen Plan, was das ist, David, musst du mir mal sagen, tut mir leid, ähm, auch eine in der Black Series, Isla Secura, ist, ist Star Wars, sagt mir jetzt, ich komm jetzt nicht drauf, wer das ist, ähm, jeder liebt sie, und es gibt, äh, nicht viel von ihr, komisch, jeder liebt sie, Isla Secura, boah, sagt mir jetzt grad echt gar nichts, ich steh grad, äh, hammermäßig auf dem Schlauch, musste mir grad nochmal kurz helfen, ähm, ist das die Tante, die Kopfgeldjägerin mit der Antenne, Isla Secura? Ah, ich bin, Namen, wisst ihr, bin ich absolut oberbad, ähm, dann schreibt der Okan, Michael Jordan im Space Jam Jersey, wäre echt cool, ja, ich denke, sowas wird dann, ach, schreib's auch, wird eher von Enterway kommen, ähm, ja, Rorschach-Figur, wäre cool, ähm, HBO macht eine neue Serie, leider Gottes glaub ich, dadurch, dass HBO sich da mit 3-0 kurz, ähm, äh, kurz geschlossen hat, ähm, wird das sehr wahrscheinlich dann auch eher, ähm, von, äh, 3-0 wiederkommen, äh, geh ich mal davon aus, ähm, dann kommen wir bei Hottoys-Figuren, bin ich raus, hab nur bei Funko Pop, aber er ist toll, aber es ist toll, dir dabei zuzuhören, wie leidenschaftlich du darüber erzählst, sagt die gute Schlimsel, ja, leidenschaft ist definitiv da, ich lieb's, und jeder, der mal eine sensationelle Hottoys-Figur in der Hand hatte, kann das auch, ähm, kann das auch verstehen, äh, der David schreibt, die blaue Twi'lek, äh, Jedi-Ritterin, ach so, ja, ja, äh, die auch in The Force Unleashed, äh, gegen, äh, Starkiller kämpft, glaub ich, ne, für mich nicht alles täuscht, äh, die meinst du definitiv, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, sehr, sehr cool, wir kommen jetzt mal zu DC, DC lässt ja leider Gottes, ähm, die Comic-Con sausen, was ich total bitter find, das heißt, wir bekommen keine News zu dem DC-Universe, und das find ich inzwischen tatsächlich echt fahrlässig, also, äh, vielleicht gibt's noch keine News, aber, ähm, sie haben den Joker-Film, der, äh, in der Pipeline ist, sie haben Wonder Woman, äh, was in der Pipeline ist, und Batman, der Pipeline würde ich nicht sagen, aber der, ja, am Eingang zur Pipeline ist, äh, ich weiß nicht, warum sie da nix machen, vor allen Dingen, um mal den Fans so ein bisschen einen Weg vorzugeben, wo geht's denn hin, wir haben jetzt einen Joker-Film, der ausgekoppelt sein soll aus dem DCEU und alleinstehend, ja, mit, mit dem guten Phoenix, jetzt ist natürlich die Frage, kommt am Ende irgendein Twist, wo wir merken, ah, vielleicht gehört's doch dazu, wäre möglich, glaube ich aber nicht, könnte er eventuell in dem Batman, äh, Universum von Matt Reeves spielen, wäre möglich, glaube ich aber auch nicht, weil das zeitlich sehr schwierig ist, der Joker-Film, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, spielt in den 70ern oder 80ern, ähm, dementsprechend wäre das zeitlich wohl auseinander, es sei denn, sie packen den Batman-Film natürlich auch in die 70er oder, äh, äh, 80er, ähm, glaube ich aber nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der Rorschachschreib, die von Bly in Episode 3 getötet wurde, jaja, äh, das ist die, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine, ist ja nicht Kanon, aber das ist, äh, dieselbe, gegen die du auch in Force Unleashed kämpfst, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ja, nochmal zurück zu DC, sorry, aber das mit den Kommentaren ist immer so verlockend, direkt drauf zu antworten, ähm, ja, finde ich total, finde ich total, ähm, schade, ich glaube, ich vermute, ich denke, in welche Richtung, ich glaube, ich vermute, ich denke, in welche Richtung DC das Ganze drehen will, denn, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass DC das so machen will, sie wollen den Batman rausbringen, wenn der gut ankommt, dann cool, dann haben sie da schon mal was in der Hinterhand, wenn der Joker rauskommt, cool, da haben sie was in der Hinterhand, denn, ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch hören werden, dass Ezra Miller raus ist als Flash, weil das ist auch andauernd so ein Hin und Her und ich bin auch nicht böse drum, ich fand ihn jetzt nicht mega toll, ich fand ihn aber auch nicht mega kacke, ich fand ihn okay, und ich glaube, dass sie einen Flash-Film später dazu nutzen werden, ähm, nicht die Universen zu vereinen, von Wonder Woman und Aquaman und Matt Reeves Batman oder so, sondern nur Wonder Woman und Aquaman in dieses Universum zu holen, ähm, nämlich durch Flash, der ja, wie man weiß, durch das Multiverse und sowas reisen kann, ähm, denke ich, wird es die, die Richtung sein, denn, eins ist klar, ähm, DC hatte das auch nicht vor, aber es ist passiert, Aquaman ist mega krass erfolgreich geworden und genauso Wonder Woman. Das heißt, du kannst dieses DCEU nicht platt machen und die komplett recasten, weil die Fans sonst echt steil gehen. So, dann wird es irgendwann einfach ein Event geben, wo sie diese beiden Universes, ich sag jetzt mal merchen, also vereinen, ähm, aber in dem Falle nur so, dass sie das neue, äh, DCEU, was sie mit Batman und vielleicht dem Joker auch inszenieren, dann behalten und Wonder Woman und eben den guten, äh, Aquaman da reinholen. Ich hoffe tatsächlich Shazam nicht, denn ich fand den nicht so super doll. Ich bin auch nicht so begeistert, dass der in diesem Universum sein soll. Ähm, also von daher fände ich das tatsächlich eine ganz coole Geschichte und wenn, dann könnten sie das nämlich tatsächlich auch so nutzen, selbst wenn der Joker-Film nicht im selben Universum, wie der Matt Reeves-Batman-Film ist, könnten sie durch irgendein Event und was der Flash da auch immer auslöst, es trotzdem so machen, dass dieser Joker in diese Timeline kommt. Das heißt natürlich, das ist alles sehr konfus und, ne, ähm, alles, äh, durcheinander. Ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich finde, warum machen die nicht einfach wirklich? Die gehen in die Hall-Age, stellen da vorne Kevin Tsu-Jahara oder wie der Vogel, ne, der ist es ja nicht mehr von DC heißt, ähm, beziehungsweise von Warner Brothers, der da die Geschicke leitet, stellen den da vorne hin, und der sagt, hier Leute, folgendes haben wir geplant, das, das, das und das und dann wollen wir das und das in Angriff nehmen. Dass die Leute einfach mal auch so ein bisschen beruhigter an das Ganze reingehen, weil momentan ist es ja, ähm, tatsächlich so, ähm, dass, dass, dass das sehr konfus wirkt, aber machst du einen Standalone-Batman-Film, ist er jetzt im Universum oder nicht? Ne, er ist nicht im Universum, Joker-Film, ha, ist nicht im Universum, aber Wonder Woman und Aquaman sind weiterhin und da kommen auch Sequels, das ist alles so konfus. Sie müssen einen guten Weg finden, das alles auf eine Page zu bringen und welchen Weg gibt es besser als Flash? Ehrlich. Die haben so eine geile Hintertour mit Flash, um das zu machen, sie müssen es aber so machen, dass das wirklich auch jeder checkt. Und dann ist es halt auch wirklich so, stellt euch, ähm, vor, ihr bekommt einen neuen Flash, der wird inszeniert in dem Universum von Matrix-Batman und dann gibt es irgendeinen Kampf und, ähm, er öffnet die Multiversen und, äh, bei irgendeinem Kampf siehst du dann auf einmal, wie das Lasso von Wonder Woman reinkommt oder so und der Dreizack von Aquaman, die auf einmal mit dabei sind und, ey, alle würden einfach komplett ausflippen. Das ist aber auch der Weg, ich bin nach wie vor der Meinung, das, was das DCEU gemacht hat mit, ähm, erst alle zusammenbringen und dann Einzelfilme, hätte genauso funktioniert, wenn es gute oder sehr, sehr gute Filme gewesen wären, wie eben, ne, die Geschichte mit, ähm, mit Justice League, ähm, aber ich glaube, der sichere Weg ist einfach Solofilm, 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 Teamfilm. Es ist einfach so, ja, weil du, ähm, stellt euch mal so, äh, äh, ähm, stellt euch tatsächlich mal Civil War oder Endgame oder sowas vor, ohne diese emotionale Talfahrt, die wir vorher mit den ganzen Charakteren durchgemacht haben, das wiegt ganz einfach nicht so schwer, es ist einfach so. Ich bin trotzdem mega gespannt auf Matt Reeves, äh, ne, ähm, Batman und, ähm, ich hoffe, er wird auch echt düster und sie kriegen's gescheit hin. Das Problem ist tatsächlich, ich wär gar nicht so böse drum, es wird sich komisch anfühlen, aber wenn so ein Cinematic Universe ohne Batman und Batman bleibt alleine, weil immer, wenn es um irgendwelche galaktischen Kämpfe und sonst irgendwas gibt, immer, finde ich, ist Batman fehl am Platz. Das ist immer der, der irgendwo einen Knopf drücken muss, damit irgendwas explodiert oder sonst was oder sie verpassen ihn einen total übermäßigen Max-Yout oder irgendeinen Scheiß, ähm, sie kriegen's nie hin, den anständig in so einem, sagen wir mal, wirklich Universums-Fight-Level zu inszenieren. Und ich versteh nicht, warum. Natürlich darf der sich nicht mit Darkseid boxen. Ist ja wohl klar. Batman ist sofort am Arsch. So, aber Batman ist natürlich dieser Meisterstratege und was weiß ich, der natürlich dieses ganze, den ganzen Plan, Darkseid zum Beispiel zur Strecke zu bringen, entwickelt hat. Und er müsste der sein, mit Boots on the Ground, den musst du auf dem Schlachtfeld sehen, wie der ein Paradigmen nach dem anderen auseinander nimmt. Aber wirklich Close-Quarter-Combat und die ganzen Schergen oder wenn's nicht Darkseid ist, sondern es ist Brainiac oder es ist was weiß ich, die ganzen Drohnen, er muss die Drohnen auseinander nehmen und muss ganz einfach mit dafür sorgen, mit anderen, ähm, dass ganz einfach diese, diese hirnlosen, ähm, ja, Drohnen auf die Fresse kriegen. Das ist Batman. Der muss die Gegner ausschalten, einer nach dem anderen. Aber ich hasse es, wenn sie ihn immer so inszenieren wollen, dass er irgendwie mit, äh, äh, da groß auf die Kacke hauen. Und das ist auch so was bei, äh, Justice League, ey, gegen Steppenwolf war der sowas von sinnlos, Batman. Davon, dass er eigentlich nur noch ein Comedy-Abziehbild war. Ach, aber ich will gar nicht zu sehr von Justice League sprechen. Ich hasse den Film, das ist einfach so dumm. Ähm, Rorschach schreibt, die vom Blei in Episode 3 getötet wurde. Das hatten wir schon. Hoffentlich, ähm, dann schreibt die gute Schlimsel, hoffentlich läuft das DC-Universe wieder an. Batman ist einfach mein Held aus der Kindheit. Ja, ich lieb ihn auch. Also, ich, ich hab einfach dieses Batman-Bild, was Ben Affleck inszeniert hat. Ob man Ben Affleck mag oder nicht, ich red jetzt nur über den Charakter, die Rolle. Dieses brutal düsteren. Und das ist ja auch immer das. Ähm, wenn sie Batman inszenieren. Batman ist der Typ, wenn du Glück hast, nur wenn du Glück hast, stirbst du nicht, wenn du dem, äh, auf den Sack gehst. Wenn doch, lutschst du deinen Schnitzel für die nächsten sieben Monate durch den Strohhalm. Das ist der Typ. So, und so muss er auch inszeniert werden. Ich hab das nie verstanden mit diesem Batman tötet mich, was sie dann da auch hatten. Ähm, natürlich tötet der. Und er hat auch in den anderen Filmen getötet und das gehört mit dazu. Es ist nicht sein primärer Fokus. Wenn es aber nicht anders geht, ja, dann hängt dein Gehirn an der Tapete. Dann ist das nur mal so, weil du stehst im Weg. Wenn es vermeiden kann, dann vermeide das. Und genau so ist es auch. Und genau das ist auch Batman. Das ist eher Superman. Dieses, ne, man versucht wirklich niemanden umzubringen, egal wie schlimm es ist und dann muss es schon die, die allerschlimmste Situation sein, so wie in Man of Steel. Es geht nicht anders. Entweder bringe ich ihn um oder es sterben die Zivilisten. Sonst, ne, beim Batman, genau das, wie es in Batman vs. Superman war, das war genau richtig. Du schießt auf den Gastank, der Typ fliegt in die Luft, Hauptsache, du hast Marsa gerettet, fertig. Genau das ist fucking Batman. Und so will ich den auch wieder sehen. Ähm, und allein, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich Batman vs. Superman sehe, auch dieses, ähm, wie er ja einfach ist, fuck dich, ne, sagt zu, zu Alfred. Dieser hat dafür gesorgt, ne, hat den Krieg zu uns gebracht. Und ich werde dafür sorgen, dass, wenn er gefährlich wird, dass wir ihn beenden. Das ist, das ist Batman. Und ich fand ganz einfach so, wie er gespielt wurde, fand ich sehr geil. Und, ähm, ich hoffe, dass sie das in die Richtung tatsächlich auch wieder hinkriegen. Ähm, Rorschach schreibt, Shakti war das in The Force Unlicht. Echt? War das Shakti? Boah, ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Übrigens, geiles Game damals. Ich fand's so mega, ich hab so Bock. Okay, war Shakti. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, wen ihr meint, aus Episode 3, die, äh, Hinterrücks erschossen wird. Ähm, Ich glaub, Hinterrücks war das, oder? Ach, keine Ahnung. Ich hab jetzt Gehirnfrost, so viel jetzt, was grad durch mein Brain rast. Ähm, dann schreibt, ähm, Mykama, ähm, ich glaube halt, dass Warner aktuell halt wirklich keinen richtigen Plan hat. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass sie den haben. Ich glaube, dass sie den noch nicht so ausbreiten und dass es aus dem Grund für uns echt bitter aussieht. Ich glaube, sie haben gezeigt mit Aquaman und Wonder Woman, dass sie den Plan richtig angehen. Sie haben's auch mit Shazam gezeigt, obwohl ich kein riesen Fan von dem Film bin. Also, ich fand den nicht scheiße, aber ich fand den auch nicht super toll. Ich glaube, dass sie da was in Angriff genommen haben, aber es noch nicht hundertprozentig eingependelt haben. Ähm, oder das nicht so kundtun. Die müssten halt so ein Slate machen, wie es Marvel macht und uns ihren Movie Slate zeigen. Also, das und das und das wird kommen, das und das wird kommen. Und vielleicht auch schon verraten, da wär keiner böse drum und wir versuchen die Universen dann auch ein Stück weit, ähm, auf einen, auf einen Nenner zu bringen. Sie gehen halt momentan den sicheren Weg. Sie wollen da noch nix, äh, announcen, weil erst mal gucken, wie Batman wird, dann gucken wir, ne, wie, wie es weitergeht. Kann ich schon verstehen, ne. Dann kommt noch Suicide Squad, was ja auch noch in den Startlöchern steht, was ja auch noch im alten DCEU ist. Also, sie lassen das DCEU nicht fallen. Nur DCEU ohne Batman und Superman, das wird's nicht geben. Also, irgendwie werden sie das schon, ja, wieder hindrehen. Äh, der Mikama schreibt, ich bin immer noch Okan, nur jetzt, äh, auf dem Tablet. Mein Gott, der Typ hat auch 140 verschiedene, äh, Accounts. Äh, Rorschach schreibt, äh, ich hasse Justice League, was sie mit Ben Affleck's Batman gemacht haben. Ja, ich bin absolut bei dir. Ich find's so bitter. Als Justice League angefangen hat, auf dem Dach, und er macht hier diesen Backflip, und so, und ich dachte noch, uh, der könnte echt trotzdem noch cool werden. Und dann Szene für Szene. Oh, ich glaube, jetzt blutet wirklich was. Vor allen Dingen, es waren so viele, ähm, Szenen dabei, die so viel Potenzial hatten. Also wirklich unfassbarem Potenzial. Was ne Gänsepelle ich hatte, als sie Superman angreifen, in Slow-Mo, und er verfolgt Flash mit den Augen, so ganz langsam. Es war einfach so geil, und Flash sieht, dass er genauso schnell ist, und scheißt sich währenddessen so krass in die Hose. Brutal. Auch das, ähm, auch das, wie er Batman hochnimmt und seinen Satz sagt, kannst du bluten? Äh, genau, auch das ist ein Megageistling. Nur in dem Zusammenspiel war's einfach verkackt mit diesen Comedy-Szenen, und es war einfach für den Arsch. Ähm, Deverein schreibt, George Miller wollte ja mal Justice League drehen. Ähm, wenn er Justice League genauso gedreht hätte, wie Mad Max Fury Road, ähm, hätten wir mal einen anderen Justice League als den aktuellen gesehen. Bin ich auch davon überzeugt, wenn du dir aber die Kostüme, die geleakt wurden, von dem Film anguckst, dann bin ich ganz froh, dass sie es nett gemacht haben. Ich mein, man muss immer so bei so Lighting-Tests und Kostüm-Tests aufpassen, weil da sehen die Kostüme manchmal ziemlich bad aus, aber die sehen schon scheiße aus, ganz besonders Batman. Batman sieht aus, als hätte ich sein Kostüm genäht. Also, ähm, die Story und so, die so ein bisschen die Grundgerüste, die geleakt wurden, hört sich ganz cool an, ähm, ähm, aber trotzdem bin ich ganz froh, dass es vielleicht doch nicht in die Richtung gekommen wäre. Auch wenn es storytechnisch cool gewesen wäre, ähm, Armie Hammer als Batman und so, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du dir die Kostüme ansiehst, ey, das ist schon, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Wir machen jetzt mal den Spagat, ähm, Richtung Marvel, ähm, ähm, denn Marvel hat, ähm, tatsächlich spontan, ähm, angekündigt, sie kommen doch zu San Diego Comic Con. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, weil, ähm, Warner Bros. abgesagt hat in DC, weil diese Rivalität, die immer da reingeredet wird, die gibt's nur in fucking Fanboy Brains. Die gibt's da nicht. Weil erst mal gibt's keine Rivalität zwischen Unterhaching und Real Madrid. Und momentan ist das DC Universe Unterhaching und MCU ist Real Madrid. Also, wirklich, äh, Angst haben vor irgendwas müssen die momentan ja nicht. Das muss man ja schon ganz ehrlich sagen, obwohl Unterhaching ein bisschen krass tief gegriffen ist. Hehehe, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, also von daher glaube ich das nicht. Sie nutzen natürlich die Bühne jetzt, dass sie die Bühne jetzt und den Fokus ein bisschen allein haben. Das kann ich mir natürlich, äh, gut vorstellen. Es wird tatsächlich jetzt sehr, sehr spannend, ähm, was sie da announcen. Weil Marvel wird wahrscheinlich, wie so oft, ihren kompletten Movie Slate announcen, was die nächsten Jahre kommt. Ähm, was mega, mega spannend sein wird. Vielleicht steht da schon irgendwas mit X-Men. Das wär natürlich krass. Ich hoffe, ich bete dafür. Ich hab irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, dass sie einen weiblichen Wolverine und sowas machen. Ich, bitte, bitte macht das nicht. Holt bitte einen coolen Wolverine. Und, ähm, das wär schon echt, äh, mega cool. Ähm, ja, bin ich echt gespannt. Nach wie vor. Ich verfolge immer die Hall-Age-Präsentation. Die legendärste Präsentation ever ist, ähm, ganz einfach, ähm, wie Loki dann einfach auf die Bühne kommt. Voll im Kostüm. Und, ähm, das Panel eröffnet. Legendär. Legendär. Richtig cool. Ich bin gespannt, was sie da announcen. Ähm, wird natürlich auch so ein Stück weit, ähm, richtungsweisend sein. Einfach nur aufgrund dessen, ähm, es gibt ja Reaktionen von Spider-Man, ähm, von den ganzen Kritikern, die ihn gesehen haben, die ihn tatsächlich lieben. Und die sagen, bitte vermeidet alle Spoiler, weil dieser Film tatsächlich zwei Hardcore-Twists haben soll, ähm, und auch zwei Endcredits sehen, die tatsächlich, ähm, das DC, äh, das MCU so ein bisschen auf den Kopf stellen sollen und auch so ein bisschen wegweisend sein sollen. Also wie immer meidet Spoiler und das, da bin ich echt gespannt, ähm, was sie da in dem Spider-Man-Film machen werden. Ähm, ich kann mir ja gut vorstellen, ähm, dass eine dieser Sachen, die da genannt wird, tatsächlich ist, ähm, und da greife ich ein Stück weit vor, ähm, was sie bekannt gegeben hatten mit, ähm, ja, dem Venom-Film, ähm, wo ich ja übrigens, äh, ein sehr großer Fan davon bin, der ein oder andere von euch hat's vielleicht mitbekommen, ähm, Kevin Feige, der ja so, äh, ja, wie soll man sagen, der Papst des MCUs ist, er heißt übrigens Feige, nicht Figgy, da könnte ich immer ausrasten, wenn Deutsche das sagen, Kevin Feige, der so ein bisschen der Papst, ähm, des MCU ist, ähm, hat ja gesagt, ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass es irgendwann passiert, es ist, äh, Sonys Entscheidung, was sie mit Venom machen, aber er kann sich gut vorstellen, dass wir demnächst Spider-Man mit Venom sehen. What? Das sagt Kevin Feige, der sonst alles so runterspielt, weißt du, sagt er einfach mal so in einem Interview, und ich find's echt richtig nice, also ich find den Venom-Film mega und ich hab echt Hardcore Bock drauf und ich bin echt gespannt, ähm, ja, was sie da machen. Ich, an sich, ich fand Homecoming nicht gut, ähm, ähm, und wenn ihr euch den Film mal anschaut, ähm, Spider-Man fällt nur auf die Fresse und das Argument, was da viele bringen, ja, ist er noch in der Ausbildung, er wird von der Spinne gebissen und ist da schon ein Superhuman. Da kann er schon noch ein bisschen mehr als wirklich nonstop auf die Fresse. Und ich erwarte von dem Film ein bisschen mehr. Ich bin null gehypt auf den Spider-Man-Film, aber, ähm, ich hoffe, er wird cool und, ähm, er verspricht relativ viel, auf jeden Fall. So viel kann man schon sagen. Und die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass Venom jetzt zurückkommt, ist tatsächlich faktisch gegeben. Ähm, find ich persönlich eine richtig krasse Geschichte, weil ich einfach nicht davon ausging, ähm, dass da wirklich in die Richtung nochmal was kommt, ähm, weil ich dachte, Sony will das vielleicht so ein bisschen separat halten. Also eine ganz krasse Sache. Ähm, so Leute, ich hatte eigentlich noch zwei Topics, aber wir sind jetzt schon zweieinhalb Stunden, äh, hier am Quatschen. Ich entsafte hier gerade eben tatsächlich auf dem Stuhl. Äh, Kopfkino ist da. Ähm, und dementsprechend werde ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen zum Ende treiben. Ähm, es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich bin zum Ende hin jetzt ein bisschen mehr reingekommen. Am Anfang war es ein bisschen holprig, das tut mir leid, es wird auch noch öfter so sein, weil es einfach, wie gesagt, 400 gefühlte Buttons, die ich hier bediene, währenddessen noch mein Handy als Fernbedienung für Software nutze. Und es ist grausam, bis sich das alles eingespielt hat. Ähm, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder alle Spaß. Ich hatte mega Spaß mit euch, dass ihr so viel kommentiert habt, ähm, dass wir so viel schnacken konnten. Ähm, ist sehr, sehr geil. Ich werde euch wieder auf dem, auf dem Laufenden halten. Ähm, werde das, äh, wie immer bei mir auf dem Kanal Nerdbomb nochmal kundtun, wann der nächste Livestream kommt. In der Regel 24 Stunden vorher. Also da immer auch auf den Community-Button drücken und gucken, was ich da eventuell für Nachrichten poste. Da werde ich das nochmal bekannt geben. Bei uns in der Nerdbomb-Gruppe übrigens auch. Ähm, da werde ich das auch, ähm, noch kundtun. Und ansonsten hoffe ich, ähm, der ein oder andere von euch, der es noch nicht ist, findet den Weg zu uns auf den, ähm, ja, guten Discord-Server. Ich habe jetzt den Link hier natürlich professionellerweise nicht vorliegen, aber er ist im letzten Stream ja gepostet worden. Und ansonsten füge ich den jetzt hier nochmal dann auch ein. Ähm, ja, hat mir mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch echt ein super cooles, äh, schönes, entspanntes Wochenende mit eurer Family und was ihr sonst noch so vorhabt. Ich würde sagen, wir hören uns dann, äh, zum nächsten Podcast, zur nächsten Overview oder zum nächsten Livestream. Bis dann! Mmh-hmm. Vielen Dank.